You'll learn German by following the story of Ben. Each lesson will reveal a little more information about Ben's life. The full video has six parts. We recommend you watch the whole video once through. Your focus should be only on listening and watching the images in the video. The video shows you the story of Ben. Erster Teil. Hallo. Ich bin Ben. Ich bin 20 Jahre alt. And remember, just focus on listening. In a moment, you will listen to the parts individually. But first, we recommend that you study the lesson vocabulary using Quizlet. Quizlet is a great tool for studying vocabulary, and it's totally free. You can use it on your computer or as an app on your mobile phone. We highly recommend that you install the mobile app. Next, create an account in Quizlet. Once your account is created, you can join our class. You'll find all the units of each lesson of the course. You can access the units through Quizlet or directly from our course page. The first unit is the vocabulary of the lesson. Quizlet offers you several options to study the content. With the app in learn mode, choose the following options. Activate audio. Reply in German. And in types of questions, choose flashcards, multiple choice, and writing. Always finish a unit before proceeding. That means getting it 100%. The full video has six parts. In the first part, Ben tells his story in present tense. Rewatch the video until you can understand everything without difficulty. We recommend watching the video at least 10 times. If you're unsure, you can refer to the translation and grammar PDF. Remember, grammar is optional and not necessary to learn how to speak a language. Open the PDF if you want to check a literal translation or a summary of the grammar. The literal translation teaches you the German structure and the use of words, and you get a summary of the lesson grammar with explanations in English. Try speaking along with the video. The focus is clearly on listening and speaking. Then, repeat the same thing with the other five parts. Parts 2, 3, and 4 are conversations with questions and answers in present tense. In the second unit, you will practice the questions and answers actively. Set the app to learn mode. In options, mark the audio Reply in German. And in question types, select only flashcards. In video 5, a girl tells Ben's story in the third person and in present tense. In video 6, the girl tells the story in past tense. Always remember to listen until you understand everything without a problem. It's like listening to a song so many times that in the end, you can sing it yourself. If you do it right, the next steps will be much easier. Next, you will learn additional vocabulary and the verbs from the lesson. With the app in learn mode, set the following options. Activate audio. Reply in German. And under types of questions, choose flashcards, multiple choice, and writing. In the last unit in Quizlet, you retell the story. Set the mode to flashcards, and in the options, activate the audio, and select Answer in German. Practice until you can tell the story fluently and without difficulty. After every fifth lesson, we have a little challenge for you. Repeat different versions of the story fluently and in less than three minutes. Don't worry too much about making mistakes. Practice this challenge with Quizlet. Practice aloud in front of a friend, a colleague, or even the mirror. If you complete all of the challenges successfully, you can move ahead to the next lesson. If you're uncertain or have questions, leave a comment. Someone from the 1-2-3-Deutsch-Team or another student will help you in an instant. We hope you enjoy our course. Eins Deutsch ist das Beste für euch. Tag 1, erster Teil. Hallo, ich bin Ben. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich komme aus Spanien. Tag 1, zweiter Teil. Ich bin Ben. Bin ich Ben oder bin ich Tim? Ben. Du bist Ben. Wer bin ich? Ben. Du bist Ben. Du bist Ben. Bin ich Tim? Nein. Du bist nicht Tim. Du bist Ben. Tag 1, dritter Teil. Ich bin 20 Jahre alt. Bin ich 10 Jahre alt? Nein. Du bist nicht 10 Jahre alt. Du bist 20. Bin ich 20 Jahre alt? Ja, du bist 20 Jahre alt. Wer ist 20 Jahre alt? Du. Du bist 20 Jahre alt. Wie alt bin ich? 20. Du bist 20 Jahre alt. Tag 1, vierter Teil. Tag 1, vierter Teil. Ich komme aus Spanien. Komme ich aus Spanien oder Deutschland? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Woher komme ich? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Wer kommt aus Spanien? Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Komme ich aus Italien? Nein. Du kommst nicht aus Italien. Du kommst aus Spanien. Tag 1, fünfter Teil. Er ist Ben. Er ist nicht 10 Jahre alt. Er ist 20 Jahre alt. Und er kommt aus Spanien. Tag 1, sechster Teil. Er war Ben. Er war nicht 10 Jahre alt. Er war 20 Jahre alt. Und er ist aus Spanien gekommen. Tschüss! Tag 1, erster Teil. Hallo, ich bin Ben. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich komme aus Spanien. Tag 1, erster Teil. Hallo, ich bin Ben. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich komme aus Spanien. Tag 1, erster Teil. Hallo, ich bin Ben. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich komme aus Spanien. Tag 1, erster Teil. Tag 1, erster Teil. Tag 1, erster Teil. Hallo, ich bin Ben. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich komme aus Spanien. Tag 1, erster Teil. Tag 1, erster Teil. Hallo, ich bin Ben. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich komme aus Spanien. Tag 1, erster Teil. Hallo, ich bin Ben. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich komme aus Spanien. Tag 1, erster Teil. Hallo, ich bin Ben. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich komme aus Spanien. Tag 1, erster Teil. Tag 1, erster Teil. Ich bin Ben. Bin ich Ben oder bin ich Tim? Ben, du bist Ben. Wer bin ich? Ben, du bist Ben Bin ich Tim? Nein, du bist nicht Tim, du bist Ben Tag 1, zweiter Teil Ich bin Ben Bin ich Ben oder bin ich Tim? Ben, du bist Ben Wer bin ich? Ben, du bist Ben Bin ich Tim? Nein, du bist nicht Tim, du bist Ben Tag 1, zweiter Teil Ich bin Ben Bin ich Ben oder bin ich Tim? Ben, du bist Ben Ben, du bist Ben Wer bin ich? Ben, du bist Ben Bin ich Tim? Nein, du bist nicht Tim, du bist Ben Tag 1, zweiter Teil 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 Tag 2, zweiter Teil Ich bin 20 Jahre alt Ich bin 20 Jahre alt Bin ich 10 Jahre alt? Nein, du bist nicht 10 Jahre alt. Du bist 20 Jahre alt. Bin ich 20 Jahre alt? Ja, du bist 20 Jahre alt. Wer ist 20 Jahre alt? Du. Du bist 20 Jahre alt. Wie alt bin ich? 20. Du bist 20 Jahre alt. Tag 1, dritter Teil. Ich bin 20 Jahre alt. Bin ich 10 Jahre alt? Nein, du bist nicht 10 Jahre alt. Du bist 20. Bin ich 20 Jahre alt? Ja, du bist 20 Jahre alt. Wer ist 20 Jahre alt? Du. Du bist 20 Jahre alt. Wie alt bin ich? 20. Du bist 20 Jahre alt. Tag 1, dritter Teil. Ich bin 20 Jahre alt. Bin ich 10 Jahre alt? Nein, du bist nicht 10 Jahre alt. Du bist 20. Bin ich 20 Jahre alt? Ja, du bist 20 Jahre alt. Wer ist 20 Jahre alt? Du. Du bist 20 Jahre alt. Wie alt bin ich? 20. Du bist 20 Jahre alt. Tag 1, dritter Teil. Tag 1, dritter Teil. Tag 1, dritter Teil. Tag 1, dritter Teil. Ich bin 20 Jahre alt. Wie alt bin ich? 20. Du bist 20 Jahre alt. Tag 1, dritter Teil. Ich bin 20 Jahre alt. Bin ich 10 Jahre alt? Ben ich 10 Jahre alt? Ja, du bist 20 Jahre alt. Wer ist 20 Jahre alt? Du. Du bist 20 Jahre alt. Wie alt bin ich? 20. Du bist 20 Jahre alt. Tag 1, dritter Teil. Ich bin 20 Jahre alt. Bin ich 10 Jahre alt? Nein, du bist nicht 10 Jahre alt. Du bist 20. Bin ich 20 Jahre alt? Ja, du bist 20 Jahre alt. Wer ist 20 Jahre alt? Du. Du bist 20 Jahre alt. Wie alt bin ich? 20. Du bist 20 Jahre alt. Tag 1, dritter Teil. Ich bin 20 Jahre alt. Bin ich 10 Jahre alt? Nein, du bist nicht 10 Jahre alt. Du bist 20. Bin ich 20 Jahre alt? Ja, du bist 20 Jahre alt. Wer ist 20 Jahre alt? Du. Du bist 20 Jahre alt. Wie alt bin ich? 20. Du bist 20 Jahre alt. Tag 1, dritter Teil. 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 Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Bin ich 10 Jahre alt? Nein, du bist nicht 10 Jahre alt. Du bist 20 Jahre alt. Bin ich 20 Jahre alt? Ja, du bist 20 Jahre alt. Ja, du bist 20 Jahre alt. Wer ist 20 Jahre alt? Du. Du bist 20 Jahre alt. Wie alt bin ich? 20. Du bist 20 Jahre alt. Tag 1, dritter Teil. Tag 1, dritter Teil. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Bin ich 20 Jahre alt? Nein, du bist nicht 10 Jahre alt. Du bist 20. Bin ich 20 Jahre alt? Ja, du bist 20 Jahre alt. Wer ist 20 Jahre alt? Du. Du bist 20 Jahre alt. Wie alt bin ich? Zwanzig. Du bist zwanzig Jahre alt. Tag 1, vierter Teil Ich komme aus Spanien. Komme ich aus Spanien oder Deutschland? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Woher komme ich? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Wer kommt aus Spanien? Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Komme ich aus Italien? Nein, du kommst nicht aus Italien. Du kommst aus Spanien. Tag 1, vierter Teil Ich komme aus Spanien. Komme ich aus Spanien oder Deutschland? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Woher komme ich? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Wer kommt aus Spanien? Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Komme ich aus Spanien. Komme ich aus Spanien? Du. Du kommst aus Spanien. Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Komme ich aus Spanien. Komme ich aus Spanien? Du. Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Komme ich aus Italien? Nein, du kommst aus Spanien. Nein, du kommst nicht aus Italien. Du kommst aus Spanien. Tag 1, vierter Teil Ich komme aus Spanien. Komme ich aus Spanien oder Deutschland? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Woher komme ich? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Wer kommt aus Spanien? Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Komme ich aus Italien? Nein, du kommst nicht aus Italien. Du kommst aus Spanien. Tag 1, vierter Teil Ich komme aus Spanien. Komme ich aus Spanien oder Deutschland? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Woher komme ich? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Aus Spanien. Wer kommt aus Spanien? Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Komme ich aus Italien? Nein, du kommst nicht aus Italien. Du kommst aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Tag 1, vierter Teil Tag 1, vierter Teil Ich komme aus Spanien. Komme ich aus Spanien oder Deutschland? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Woher komme ich? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Wer kommt aus Spanien? Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Komme ich aus Italien? Nein, du kommst nicht aus Italien. Du kommst aus Spanien. Tag 1, vierter Teil Ich komme aus Spanien. Komme ich aus Spanien oder Deutschland? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Woher komme ich? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Wer kommt aus Spanien? Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Komme ich aus Italien? Nein, du kommst nicht aus Italien. Du kommst aus Spanien. Tag 1, vierter Teil Ich komme aus Spanien. Komme ich aus Spanien oder Deutschland? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Woher komme ich? Aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Wer kommt aus Spanien? Du. Du, Ben, kommst aus Spanien. Komme ich aus Italien? Nein, du kommst nicht aus Italien. Du kommst aus Spanien. Du kommst aus Spanien. Tag 1, fünfter Teil Er ist Ben. Er ist nicht zehn Jahre alt. Er ist 20 Jahre alt. Tag 1, fünfter Teil Tag 1, fünfter Teil Er ist Ben Er ist nicht zehn Jahre alt. Er ist 20 Jahre alt. Und er kommt aus Spanien. Tag 1, fünfter Teil Tag 1, fünfter Teil Tag 1, fünfter Teil Er ist Ben Er ist nicht zehn Jahre alt. Er ist 20 Jahre alt. Und er kommt aus Spanien. Tag 1, fünfter Teil Er ist Ben Er ist nicht zehn Jahre alt. Er ist 20 Jahre alt. Und er kommt aus Spanien. Tag 1, fünfter Teil Tag 1, fünfter Teil Tag 1, fünfter Teil Tag 1, fünfter Teil Er ist Ben Er ist nicht zehn Jahre alt. Er ist 20 Jahre alt. und er kommt aus Spanien Tag 1, fünfter Teil Er ist Ben Er ist nicht 10 Jahre alt Er ist 20 Jahre alt und er kommt aus Spanien Tag 1, fünfter Teil Er ist Ben Er ist nicht 10 Jahre alt Er ist 20 Jahre alt und er kommt aus Spanien Tag 1, fünfter Teil Er ist Ben Er ist nicht 10 Jahre alt Er ist 20 Jahre alt und er kommt aus Spanien Tag 1, sechster Teil Er war Ben Er war nicht 10 Jahre alt Er war 20 Jahre alt Tag 1, sechster Teil Er war Ben Er war nicht 10 Jahre alt Er war 20 Jahre alt Tag 1, sechster Teil Er war Ben Er war nicht 10 Jahre alt Er war 20 Jahre alt Tag 1, sechster Teil Er war Ben Er war nicht 10 Jahre alt Er war 20 Jahre alt Tag 1, sechster Teil Er ist aus Spanien Tag 1, sechster Teil Er war Ben Er war nicht 10 Jahre alt Er war 20 Jahre alt Tag 1, sechster Teil Er ist aus Spanien Tag 1, sechster Teil Er war Ben Er war nicht 10 Jahre alt Er war 20 Jahre alt Tag 1, sechster Teil Er ist aus Spanien Tag 1, sechster Teil Er war Ben Er war nicht 10 Jahre alt Er war 20 Jahre alt Und er ist aus Spanien gekommen Tschüss Tag 1, sechster Teil Er war Ben 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 Tag 2, sechster Teil Er war Ben Tag 1, sechster Teil Er war Ben Tag 2, sechster Teil Er war Ben Tag 2, sechster Teil Er war schluss about the course most important thing is please study every day something it has to become a routine it's like you have to sleep every day you have to eat every day you have to take a shower every day and you have to study every day german and this way you will improve quite quite fast so please do so another important thing is use actively our forum that means if you have any questions if you need any help if you need more motivation please share your thoughts in our forum and somebody will answer you as soon as possible it could be myself it could be another student so just do it and you don't feel alone in the process okay one personal thing it's a little bit hard to talk about it but it would help me a lot if you support my material how could you support easiest way is check out my course if you really like it take one minute and give me a five star review and this way other people get interested and at least they take a look if you feel this course is missing something contact me and i try to improve it you know but don't forget to give me a good valoration so that would help me a lot to get to more people so please do it thank you thank you very much and there's another thing i really highly recommend is check out my free german video blog on youtube or you also can check it out on my website here i present every week a new video with new content about culture about grammar about language learning about vocabulary so it's completely free and you can use it additional to this course no i highly recommend this as well so thank you very much keep focused study every day and just enjoy learning german okay eins zwei drei deutsch ist das beste für euch tschüss tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei zweiter teil ich habe eine freundin habe ich einen freund nein nein du hast keinen freund habe ich eine freundin ja du hast eine freundin wer hat eine freundin du du hast eine freundin was habe ich eine freundin du hast eine freundin tag zwei dritter teil meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch heißt meine freundin anna nein deine freundin heißt nicht anna heißt meine freundin lina ja deine freundin heißt lina ist lina hübsch sehr hübsch sie ist sehr hübsch sie ist sehr hübsch sie ist sehr hübsch sie ist sehr hübsch wie heißt meine freundin lina deine freundin heißt lina tag zwei vierter teil wir leben zusammen in madrid leben wir in rom nein ihr lebt nicht in rom ihr lebt in madrid lebe ich allein in madrid tag zwei fünfter teil ben hat eine freundin tag zwei fünfter teil seine freundin heißt nicht anna seine freundin heißt nicht anna sie heißt lina lina ist sehr hübsch ben und lina wohnen nicht in rom sie wohnen zusammen in madrid tag zwei sechster teil ben hatte eine freundin ben hatte eine freundin seine freundin hieß nicht anna sie hieß lina lina war sehr hübsch ben und lina haben nicht in rom gewohnt sie haben zusammen in madrid gewohnt tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei erster teil tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei erster teil hallo ich habe eine freundin meine freundin heißt lina sie ist sehr hübsch wir leben zusammen in madrid tag zwei erster teil ich habe eine freundin habe ich einen freund nein du hast keinen freund ja du hast einen freundin wer hat eine freundin du du hast eine freundin was habe ich eine freundin du hast einen freundin Tag zwei zweiter teil ich habe eine freundin Habe ich einen Freund? Nein, du hast keinen Freund. Habe ich eine Freundin? Ja, du hast eine Freundin. Wer hat eine Freundin? Du, du hast eine Freundin. Was habe ich? Eine Freundin. Du hast eine Freundin. Tag 2, zweiter Teil. Ich habe eine Freundin. Habe ich einen Freund? Nein, du hast keinen Freund. Habe ich eine Freundin? Ja, du hast eine Freundin. Wer hat eine Freundin? Du, du hast eine Freundin. Was habe ich? Eine Freundin. Du hast eine Freundin. Tag 2, zweiter Teil. Ich habe eine Freundin. Habe ich einen Freund? Nein, du hast keinen Freund. Habe ich eine Freundin? Ja, du hast eine Freundin. Wer hat eine Freundin? Du, du hast eine Freundin. Was habe ich eine Freundin? Eine Freundin. Du hast eine Freundin. Tag 2, zweiter Teil. Ich habe eine Freundin. Habe ich einen Freund? Nein, du hast keinen Freund. Tag 2, zweiter Teil. Tag 3, zweiter Teil. Ich habe eine Freundin. Habe ich eine Freundin. Habe ich einen Freund? Nein, du hast keinen Freund. Habe ich eine Freundin? Ja, du hast eine Freundin. Wer hat eine Freundin? Du, du hast eine Freundin. Was habe ich? Eine Freundin. Du hast eine Freundin. Tag 2, zweiter Teil. Ich habe eine Freundin. Habe ich einen Freund? Nein, du hast keinen Freund. Habe ich eine Freundin? Ja, du hast eine Freundin. Wer hat eine Freundin? Du. Du hast eine Freundin. Was habe ich? Eine Freundin. Du hast eine Freundin. Tag 2, zweiter Teil. Ich habe eine Freundin. Habe ich einen Freund? Nein, du hast keinen Freund. Habe ich eine Freundin? Ja, du hast eine Freundin. Wer hat eine Freundin? Du. Du hast eine Freundin. Was habe ich? Eine Freundin. Du hast eine Freundin. Tag 2, zweiter Teil. Ich habe eine Freundin. Habe ich einen Freund? Nein, du hast keinen Freund. Habe ich eine Freundin? Ja, du hast eine Freundin. Nein, du hast keinen Freund. Habe ich eine Freundin. Habe ich eine Freundin? Ja, du hast eine Freundin. Wer hat eine Freundin? Du. Du hast eine Freundin. Was habe ich? Eine Freundin. Du hast eine Freundin. Tag 2, dritter Teil. Meine Freundin heißt Lina. Sie ist sehr hübsch. Heißt meine Freundin Anna? Nein, deine Freundin heißt nicht Anna. Heißt meine Freundin Lina? Ja, deine Freundin heißt Lina. Ja, deine Freundin heißt Lina. Ist Lina hübsch? Ja, sie ist hübsch. Ein bisschen oder sehr hübsch? Sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Wie heißt meine Freundin? Lina, deine Freundin heißt Lina. Tag 2, dritter Teil. Meine Freundin heißt Lina. Sie ist sehr hübsch. Heißt meine Freundin Anna? Nein, deine Freundin heißt nicht Anna. Heißt meine Freundin Lina? Ja, deine Freundin heißt Lina. Ist Lina hübsch? Ja, sie ist hübsch. Ein bisschen oder sehr hübsch? Sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Wie heißt meine Freundin? Lina, deine Freundin heißt Lina. Tag 2, dritter Teil. Meine Freundin heißt Lina. Sie ist sehr hübsch. Heißt meine Freundin Anna? Nein, deine Freundin heißt nicht Anna. Heißt meine Freundin Lina? Ja, deine Freundin heißt Lina. Ist Lina hübsch? Ja, sie ist hübsch. Ein bisschen oder sehr hübsch? Sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Wie heißt meine Freundin? Wie heißt meine Freundin? Lina. Deine Freundin heißt Lina. Tag 2, dritter Teil. Meine Freundin heißt Lina. Sie ist sehr hübsch. Heißt meine Freundin Anna? Nein, deine Freundin heißt nicht Anna. Heißt meine Freundin Lina? Ja, deine Freundin heißt Lina. Ist Lina hübsch? Ja, sie ist sehr hübsch. Ja, sie ist hübsch. Ein bisschen oder sehr hübsch? Sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Wie heißt meine Freundin? Lina. Deine Freundin heißt Lina. Tag 2, dritter Teil. Meine Freundin heißt Lina. Sie ist sehr hübsch. Heißt meine Freundin Anna? Nein, deine Freundin heißt nicht Anna. Heißt meine Freundin Lina? Lina. Ja, deine Freundin heißt Lina. Ist Lina hübsch? Ja, sie ist hübsch. Ein bisschen oder sehr hübsch? Sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Wie heißt meine Freundin? Lina. Deine Freundin heißt Lina. Tag 2, dritter Teil. Meine Freundin heißt Lina. Sie ist sehr hübsch. Heißt meine Freundin Anna? Nein, deine Freundin heißt nicht Anna. Heißt meine Freundin Lina? Ja, deine Freundin heißt Lina. Ist Lina hübsch? Ja, sie ist hübsch. Ein bisschen oder sehr hübsch? Sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Wie heißt meine Freundin? Lina. Deine Freundin heißt Lina. Tag 2, dritter Teil. Meine Freundin heißt Lina. Sie ist sehr hübsch. Heißt meine Freundin Anna? Anna? Nein, deine Freundin heißt nicht Anna. Heißt meine Freundin Lina? Ja, deine Freundin heißt Lina. Ist Lina hübsch? Ja, sie ist sehr hübsch. Ja, sie ist hübsch. Ein bisschen oder sehr hübsch? Sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Wie heißt meine Freundin? Lina. Deine Freundin heißt Lina. Tag 2, dritter Teil. Meine Freundin heißt Lina. Sie ist sehr hübsch. Heißt meine Freundin Anna? Anna? Nein, deine Freundin heißt nicht Anna. Heißt meine Freundin Lina? Ja, deine Freundin heißt Lina. Ist Lina hübsch? Ja, sie ist hübsch. Ein bisschen oder sehr hübsch? Sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Wie heißt meine Freundin? Lina. Deine Freundin heißt Lina. Tag 2, dritter Teil. Meine Freundin heißt Lina. Sie ist sehr hübsch. Heißt meine Freundin Anna? Nein, deine Freundin heißt nicht Anna. Heißt meine Freundin Lina? Ja, deine Freundin heißt Lina. Ist Lina hübsch? Ja, sie ist hübsch. Ein bisschen oder sehr hübsch? Sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Wie heißt meine Freundin? Lina. Deine Freundin heißt Lina. Tag 2, dritter Teil. Meine Freundin heißt Lina. Sie ist sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Heißt meine Freundin Anna? Nein, deine Freundin heißt nicht Anna. Heißt meine Freundin Lina? Ja, deine Freundin heißt Lina. Ist Lina hübsch? Ja, sie ist hübsch. Ein bisschen oder sehr hübsch? Sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch. Wie heißt meine Freundin? Lina. Deine Freundin heißt Lina. Tag 2, vierter Teil. Wir leben zusammen in Madrid. Leben wir in Rom? Nein, ihr lebt nicht in Rom. Ihr lebt in Madrid. Lebe ich allein in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Wo leben wir? In Madrid. Ihr lebt in Madrid. Wer lebt in Madrid? Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Tag 2, vierter Teil. Wir leben zusammen in Madrid. Leben wir in Rom? Nein, ihr lebt nicht in Rom. Ihr lebt in Madrid. Lebe ich allein in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Nur, er lebt im Verein. Nie, wir leben zusammen in Madrid. No, zwei nicht in Madrid. Wo leben wir in Madrid? Ihr lebt in Madrid. Lebe ich allein in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Wo leben wir? In Madrid. Ihr lebt in Madrid. Wer lebt in Madrid? Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Tag 2, vierter Teil. Wir leben zusammen in Madrid. Leben wir in Rom? Nein, ihr lebt nicht in Rom. Ihr lebt in Madrid. Lebe ich allein in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Wo leben wir? In Madrid. In Madrid. Ihr lebt in Madrid. Wer lebt in Madrid? Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Tag 2, vierter Teil. Wir leben zusammen in Madrid. Leben wir in Rom? Nein, ihr lebt in Rom. Nein, ihr lebt nicht in Rom. Ihr lebt in Madrid. Lebe ich allein in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Wo leben wir? In Madrid. Ihr lebt in Madrid. Wer lebt in Madrid? Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Tag 2, vierter Teil. Wir leben zusammen in Madrid. Tag 3, vierter Teil. Leben wir in Rom? Nein, ihr lebt nicht in Rom. Ihr lebt in Madrid. Lebe ich allein in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Wo leben wir? In Madrid. Ihr lebt in Madrid. Wer lebt in Madrid? Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Tag 2, vierter Teil. Wir leben zusammen in Madrid. Leben wir in Rom? Nein, ihr lebt nicht in Rom. Ihr lebt in Madrid. Lebe ich allein in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Wo leben wir? In Madrid. Ihr lebt in Madrid. Wer lebt in Madrid? Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Tag 2, vierter Teil. Wir leben zusammen in Madrid. Leben wir in Rom? Nein, ihr lebt nicht in Rom. Ihr lebt in Madrid. Lebe ich allein in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Wo leben wir? In Madrid. Ihr lebt in Madrid. Wer lebt in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Tag 2, vierter Teil. Wir leben zusammen in Madrid. green abbiamo già AberTON musisch Mod am Ми Thus. Leben wir in Rom? Nein, ihr lebt in Rom. Ihr lebt in Madrid. Nein, ihr lebt nicht in Rom. Ihr lebt in Madrid. In Madrid. Lebe ich allein in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Wo leben wir? In Madrid. Ihr lebt in Madrid. Wer lebt in Madrid? Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Tag 2, vierter Teil. Wir leben zusammen in Madrid. Leben wir in Rom? Nein, ihr lebt nicht in Rom. Ihr lebt in Madrid. Lebe ich allein in Madrid? Nein, Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Wo leben wir? In Madrid. Ihr lebt in Madrid. Wer lebt in Madrid? Lina und du. Ihr lebt zusammen in Madrid. Tag 2, fünfter Teil. Ben hat eine Freundin. Seine Freundin heißt nicht Anna. Sie heißt Lina. Lina ist sehr hübsch. Ben und Lina wohnen nicht in Rom. Sie wohnen zusammen in Madrid. Tag 2, fünfter Teil. Tag 2, fünfter Teil. Ben hat eine Freundin. Seine Freundin heißt nicht Anna. Seine Freundin heißt nicht Anna. Sie heißt Lina. Lina ist sehr hübsch. Ben und Lina wohnen nicht in Rom. Sie wohnen zusammen in Madrid. Tag 2, fünfter Teil. Ben hat eine Freundin. Seine Freundin heißt nicht Anna. Sie heißt Lina. Lina ist sehr hübsch. Ben und Lina wohnen nicht in Rom. Sie wohnen zusammen in Madrid. Tag 2, fünfter Teil. Ben hat eine Freundin. Seine Freundin heißt nicht Anna. Sie heißt Lina. Lina ist sehr hübsch. Ben und Lina wohnen nicht in Rom. Sie wohnen zusammen in Madrid. Tag 2, fünfter Teil. Ben hat eine Freundin. Seine Freundin heißt nicht Anna. Sie heißt Lina. Lina ist sehr hübsch. Ben und Lina wohnen nicht in Rom. Sie wohnen zusammen in Madrid. Tag 2, fünfter Teil. Ben hat eine Freundin. Seine Freundin heißt nicht Anna. Sie heißt Lina. Lina ist sehr hübsch. Ben und Lina wohnen nicht in Rom. Sie wohnen zusammen in Madrid. Tag 2, fünfter Teil. Ben hat eine Freundin. Seine Freundin heißt nicht Anna. Sie heißt Lina. Lina ist sehr hübsch. Ben und Lina wohnen nicht in Rom. Sie wohnen zusammen in Madrid. Tag 2, fünfter Teil. Ben hat eine Freundin. Seine Freundin heißt nicht Anna. Sie heißt Lina. Lina ist sehr hübsch. Ben und Lina wohnen nicht in Rom. Sie wohnen zusammen in Madrid. Tag 2, fünfter Teil. Ben hat eine Freundin. Seine Freundin heißt nicht Anna. Sie heißt Lina. Lina ist sehr hübsch. Ben und Lina wohnen nicht in Rom. Sie wohnen zusammen in Madrid. Tag 2, fünfter Teil. Ben hat eine Freundin. Seine Freundin heißt nicht Anna. Sie heißt Lina. Lina ist sehr hübsch. Ben und Lina wohnen nicht in Rom. Sie wohnen zusammen in Madrid. Tag 2, sechster Teil. Ben hatte eine Freundin. Seine Freundin hieß nicht Anna. Sie hieß Lina. Lina war sehr hübsch. Ben und Lina haben nicht in Rom gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Tag 2, sechster Teil. Ben hatte eine Freundin. Seine Freundin hieß nicht Anna. Sie hieß Lina. Lina war sehr hübsch. Ben und Lina haben nicht in Rom gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Tag 2, sechster Teil. Ben hatte eine Freundin. Seine Freundin hieß nicht Anna. Sie hieß Lina. Sie hieß Lina. Lina war sehr hübsch. Ben und Lina haben nicht in Rom gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Tag 2, sechster Teil. Ben hatte eine Freundin. Seine Freundin hieß nicht Anna. Seine Freundin hieß nicht Anna. Sie hieß Lina. Lina war sehr hübsch. Ben und Lina haben nicht in Rom gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Tag 2, sechster Teil. Ben hatte eine Freundin. Seine Freundin hieß nicht Anna. Sie hieß Lina. Lina war sehr hübsch. Ben und Lina haben nicht in Rom gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Tag 2, sechster Teil. Ben hatte eine Freundin. Seine Freundin hieß nicht Anna. Sie hieß Lina. Lina war sehr hübsch. Ben und Lina haben nicht in Rom gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Tag 2, sechster Teil. Ben hatte eine Freundin. Seine Freundin hieß nicht Anna. Sie hieß Lina. Lina war sehr hübsch. Ben und Lina haben nicht in Rom gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Tag 2, sechster Teil. Ben hatte eine Freundin. Seine Freundin hieß nicht Anna. Sie hieß Lina. Lina war sehr hübsch. Ben und Lina haben nicht in Rom gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Tag 2, sechster Teil. Ben hatte eine Freundin. Seine Freundin hieß nicht Anna. Lina war sehr hübsch. Ben und Lina haben nicht in Rom gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Sie haben zusammen in Madrid gewohnt. Tag 3, sechster Teil. Lerne ich Englisch? Nein, du lernst kein Englisch. Du lernst Deutsch. Deutsch. Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Lerne ich Deutsch zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Du lernst Deutsch in einer Schule. Wer lernt in einer Schule? Du, du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3, dritter Teil. Deutsch ist eine leichte Sprache. Ist Deutsch eine Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache. Deutsch ist eine leichte Sprache. Tag 3, dritter Teil. Vierter Teil. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Du. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Deutsch war eine Sprache. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Tag 3, fünfter Teil. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine leichte Sprache. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, erster Teil. Hallo, wie geht's dir? Gut? Okay. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine leichte Sprache. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, erster Teil. Hallo, wie geht's dir? Gut? Okay. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine leichte Sprache. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, erster Teil. Hallo, wie geht's dir? Gut? Okay. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine leichte Sprache. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, erster Teil. Hallo, wie geht's dir? Gut? Okay. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine leichte Sprache. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, erster Teil. Hallo, wie geht's dir? Gut? Okay. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, erster Teil. Tag 3, erster Teil. Tag 3, erster Teil. Tag 3, erster Teil. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine leichte Sprache. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, erster Teil. Hallo, wie geht's dir? Gut? Okay. Tag 3, erster Teil. 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 Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Lerne ich Deutsch zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Du lernst Deutsch in einer Schule. Wer lernt in einer Schule? Du. Du lernst in einer Schule. Und was? Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3, zweiter Teil. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Lerne ich Englisch? Nein, du lernst kein Englisch. Du lernst Deutsch. Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Deutsch. Lerne ich Deutsch zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Du lernst Deutsch in einer Schule. Wer lernt in einer Schule? Du. Du lernst in einer Schule. Und was? Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3, zweiter Teil. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Lerne ich Englisch? Nein, du lernst kein Englisch. Deutsch. Du lernst Deutsch. Deutsch. Du lernst Deutsch. Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Deutsch. Du lernst Deutsch. Lerne ich Deutsch zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Du lernst Deutsch in einer Schule. Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Wer lernt in einer Schule? Du. Du lernst in einer Schule. Und was? Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3, zweiter Teil. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Lerne ich Englisch? Deutsch. Nein, du lernst kein Englisch. Du lernst Deutsch. Deutsch. Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Lerne ich Deutsch zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Du lernst Deutsch in einer Schule. Wer lernt in einer Schule? Du. Du lernst Deutsch in einer Schule. Und was? Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3, zweiter Teil. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Lerne ich Englisch? Nein, du lernst kein Englisch. Du lernst Deutsch. Deutsch. Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Lerne ich Deutsch zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Du lernst Deutsch in einer Schule. Wer lernt in einer Schule? Du. Du lernst Deutsch in einer Schule. Und was? Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3, zweiter Teil. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Lerne ich Englisch? Deutsch? Nein, du lernst kein Englisch. Du lernst Deutsch. Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Lerne ich Deutsch zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Du lernst Deutsch in einer Schule. Du lernst Deutsch in einer Schule. Wer lernt in einer Schule? Du. Du lernst Deutsch in einer Schule. Und was? Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3, zweiter Teil. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Lerne ich Englisch? Deutsch? Nein, du lernst kein Englisch. Du lernst Deutsch. Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Lerne ich Deutsch zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Du lernst Deutsch in einer Schule. Wer lernt in einer Schule? Du. Du lernst Deutsch in einer Schule. Und was? Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3, zweiter Teil. Ich lerne Deutsch in einer Schule. Lerne ich Englisch? Nein, du lernst kein Englisch. Du lernst Deutsch. Deutsch. Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Lerne ich Deutsch zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Du lernst Deutsch in einer Schule. Wer lernt in einer Schule? Du. Du lernst Deutsch in einer Schule. Und was? Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3, zweiter Teil. Ich lerne Deutsch in einer Schule. ich lerne ich Deutsch? Lerne ich Englisch? Du lernst Deutsch? Nein, du lernst kein Englisch. Du lernst Deutsch. Du lernst Deutsch. Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Wer lernt in einer Schule? Du. Du lernst in einer Schule. Und was? Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3. Zweiter Teil Ich lerne Deutsch in einer Schule. Lerne ich Englisch? Nein, du lernst kein Englisch. Du lernst Deutsch. Was lerne ich? Deutsch. Du lernst Deutsch. Lerne ich Deutsch zu Hause? Nein, nicht zu Hause. Du lernst Deutsch in einer Schule. Wer lernt in einer Schule? Du. Du lernst in einer Schule. Und was? Deutsch. Du lernst Deutsch in einer Schule. Tag 3. Dritter Teil Deutsch ist eine leichte Sprache. Ist Deutsch eine Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache. Ist Deutsch schwer oder leicht? Leicht. Deutsch ist leicht. Ist Deutsch eine schwere Sprache? Nein, Deutsch ist eine schwere Sprache. Deutsch ist eine leichte Sprache. Was ist eine leichte Sprache? Deutsch. Deutsch ist eine leichte Sprache. Tag 3, dritter Teil Deutsch ist eine leichte Sprache Ist Deutsch eine Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache Ist Deutsch schwer oder leicht? Leicht, Deutsch ist leicht Ist Deutsch eine schwere Sprache? Nein, Deutsch ist keine schwere Sprache Deutsch ist eine leichte Sprache Was ist eine leichte Sprache? Deutsch Deutsch ist eine leichte Sprache Tag 3, dritter Teil Deutsch ist eine leichte Sprache Ist Deutsch eine Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache Ist Deutsch schwer oder leicht? Leicht, Deutsch ist leicht Ist Deutsch eine schwere Sprache? Nein, Deutsch ist keine schwere Sprache Deutsch ist eine leichte Sprache Was ist eine leichte Sprache? Deutsch ist eine leichte Sprache Tag 3, dritter Teil Deutsch ist eine leichte Sprache Ist Deutsch eine Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache Tag 3, dritter Teil Deutsch ist eine leichte Sprache Ist Deutsch ein leichte Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache Ja, Deutsch ist eine Sprache Ist Deutsch schwer oder leicht? Ist Deutsch eine schwere Sprache? Nein, Deutsch ist keine schwere Sprache. Deutsch ist eine leichte Sprache. Was ist eine leichte Sprache? Deutsch ist eine leichte Sprache. Tag 3, dritter Teil. Deutsch ist eine leichte Sprache. Ist Deutsch eine Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache. Ist Deutsch schwer oder leicht? Leicht. Deutsch ist leicht. Ist Deutsch eine schwere Sprache? Nein, Deutsch ist keine schwere Sprache. Deutsch ist eine leichte Sprache. Was ist eine leichte Sprache? Deutsch. Deutsch ist eine leichte Sprache. Tag 3, dritter Teil. Deutsch ist eine leichte Sprache. Was ist eine leichte Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache. Ist Deutsch schwer oder leicht? Leicht. Deutsch ist leicht. Ist Deutsch eine schwere Sprache? Nein, Deutsch ist keine schwere Sprache. Deutsch ist eine leichte Sprache. Was ist eine leichte Sprache? Deutsch Deutsch ist eine leichte Sprache. Tag 3, dritter Teil Deutsch ist eine leichte Sprache. Ist Deutsch eine Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache. Ist Deutsch schwer oder leicht? Leicht, Deutsch ist leicht. Ist Deutsch eine schwere Sprache? Nein, Deutsch ist keine schwere Sprache. Deutsch ist eine leichte Sprache. Was ist eine leichte Sprache? Deutsch Deutsch ist eine leichte Sprache. Tag 3, dritter Teil Deutsch ist eine leichte Sprache. Ist Deutsch eine Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache. Ist Deutsch schwer oder leicht? Leicht. Deutsch ist leicht. Ist Deutsch eine schwere Sprache? Nein, Deutsch ist keine schwere Sprache. Deutsch ist eine leichte Sprache. Was ist eine leichte Sprache? Deutsch. Deutsch ist eine leichte Sprache. Tag 3, dritter Teil. Deutsch ist eine leichte Sprache. Ist Deutsch eine Sprache? Ja, Deutsch ist eine Sprache. Ist Deutsch schwer oder leicht? Leicht. Deutsch ist leicht. Ist Deutsch eine schwere Sprache? Nein, Deutsch ist keine schwere Sprache. Deutsch ist eine leichte Sprache. Was ist eine leichte Sprache? Deutsch. Deutsch ist eine leichte Sprache. Tag 3, vierter Teil Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Du. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Tag 3, vierter Teil Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Du. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Tag 3, vierter Teil. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Tag 3, vierter Teil Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Du. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Tag 3, vierter Teil Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Du. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Tag 3, vierter Teil. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Du. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Tag 3, vierter Teil. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Du. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Tag 3, vierter Teil. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Du. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Tag 3, vierter Teil. Tag 4, vierter Teil. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Du. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Tag 3, vierter Teil. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Möchte ich in Frankreich arbeiten? Nein, nicht in Frankreich. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Was möchte ich in Deutschland machen? Arbeiten. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wo möchte ich arbeiten? In Deutschland. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Wer möchte in Deutschland arbeiten? Du. Du möchtest in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine Sprache. Es ist leicht. Ben möchte nicht in Frankreich arbeiten. Er möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine Sprache. Es ist leicht. Ben möchte nicht in Frankreich arbeiten. Er möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine Sprache. Deutsch ist eine Sprache. Es ist leicht. Ben möchte nicht in Frankreich arbeiten. Er möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Er möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine Sprache. Deutsch ist eine Sprache. Es ist leicht. Ben möchte nicht in Frankreich arbeiten. Er möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine Sprache. Es ist leicht. Ben möchte nicht in Frankreich arbeiten. Er möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine Sprache. Es ist leicht. Ben möchte nicht in Frankreich arbeiten. Ben möchte nicht in Frankreich arbeiten. Er möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine Sprache. Es ist leicht. Ben möchte nicht in Frankreich arbeiten. Er möchte in Deutschland arbeiten. Er möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben lernt Deutsch in einer Schule. Deutsch ist eine Sprache. Es ist leicht. Ben möchte nicht in Frankreich arbeiten. Er möchte in Deutschland arbeiten. Tag 3, fünfter Teil. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. tschüss und bis bald. Tag 3, fünfter Teil. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. tschüss und bis bald. Tag 3, fünfter Teil. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. tschüss und bis bald. Tag 3, fünfter Teil. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. tschüss und bis bald. Tag 3, fünfter Teil. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. tschüss und bis bald. Tag 3, fünfter Teil. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. tschüss und bis bald. Tag 3, fünfter Teil. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. tschüss und bis bald. Tag 3, fünfter Teil. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. tschüss und bis bald. Tag 3, fünfter Teil. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. tschüss und bis bald. Tag 3, fünfter Teil. Ben hat Deutsch in einer Schule gelernt. Deutsch war eine Sprache. Es war leicht. Ben wollte nicht in Frankreich arbeiten. Er wollte in Deutschland arbeiten. tschüss und bis bald. Tag 4, fünfter Teil. Hallo. Alles klar? Gut. Lina studiert Medizin an der Universität. Ich arbeite als Mechaniker. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Arbeitet Lina oder studiert Lina? Lina studiert. Was macht Lina? Studieren. Studieren. Lina studiert. Lina studiert. Und was studiert sie? Medizin. Sie studiert Medizin. Wo studiert Lina? An der Universität. Lina studiert an der Uni. Wer studiert an der Uni? Lina studiert Medizin an der Uni. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Nein. Du studierst nicht an der Uni. Was mache ich? Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Haben wir ein Auto? Nein, ihr habt kein Auto. Ihr habt Jobangebote. Jobangebote. Was haben wir? Jobangebote. Was haben wir? Ihr habt Jobangebote. Haben wir Jobangebote aus Spanien? Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Ben studiert nicht an der Uni. Er arbeitet als Mechaniker. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, sechster Teil. Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Ok, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 4, erster Teil. Hallo, alles klar? Gut. Lina studiert Medizin an der Universität. Ich arbeite als Mechaniker. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, erster Teil. Tag 4, erster Teil. Hallo, alles klar? Gut. Lina studiert Medizin an der Universität. Ich arbeite als Mechaniker. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, erster Teil. Hallo, alles klar? Gut. Lina studiert Medizin an der Universität. Ich arbeite als Mechaniker. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, erster Teil. Hallo, alles klar? Gut. Lina studiert Medizin an der Universität. Tag 4, erster Teil. Tag 4, erster Teil. Hallo, alles klar? Gut. Lina studiert Medizin an der Universität. Gut. Lina studiert Medizin an der Universität. Tag 4, erster Teil. Hallo, alles klar? Gut. Lina studiert Medizin an der Universität. Tag 4, erster Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Hallo, alles klar? Gut. Lina studiert Medizin an der Universität. Ich arbeite als Mechaniker Wir haben Jobangebote aus Deutschland Tag 4, erster Teil Hallo, alles klar? Gut, Lina studiert Medizin an der Universität Ich arbeite als Mechaniker Wir haben Jobangebote aus Deutschland Tag 4, erster Teil Hallo, alles klar? Gut, Lina studiert Medizin an der Universität Ich arbeite als Mechaniker Wir haben Jobangebote aus Deutschland Tag 4, erster Teil Hallo, alles klar? Gut, Lina studiert Medizin an der Universität Ich arbeite als Mechaniker Wir haben Jobangebote aus Deutschland Tag 4, zweiter Teil Lina studiert Medizin an der Universität Arbeitet Lina oder studiert Lina? Lina studiert Was macht Lina? Studieren Lina studiert Und was studiert sie? Medizin Sie studiert Medizin Wo studiert Lina? An der Universität Lina studiert an der Uni Wer studiert an der Uni? Lina Lina studiert Medizin an der Uni Tag 4, zweiter Teil Lina studiert Medizin an der Universität Lina studiert Lina studiert Lina studiert Was macht Lina? Lina studiert Lina studiert Und was studiert sie? Medizin Sie studiert Medizin Wo studiert Lina? An der Universität Lina studiert an der Uni Wer studiert an der Uni? Lina Lina studiert Medizin an der Uni Tag 4, zweiter Teil Lina studiert Medizin an der Universität Arbeitet Lina oder studiert Lina? Lina studiert Lina studiert Was macht Lina? Studieren Lina studiert Und was studiert sie? Medizin Sie studiert Medizin Wo studiert Lina? An der Universität Lina studiert an der Uni Wer studiert an der Uni? Wer studiert an der Uni? Lina Lina studiert Medizin an der Uni Tag 4, zweiter Teil Lina studiert Medizin an der Universität Arbeitet Lina oder studiert Lina? Lina studiert Was macht Lina? Studieren Lina studiert Lina studiert Lina studiert Und was studiert sie? Medizin Sie studiert Medizin Wo studiert Lina? An der Universität Lina studiert an der Uni Wer studiert an der Uni? Lina Lina studiert Medizin an der Uni Tag 4, zweiter Teil Lina studiert Medizin an der Uni Tag 4, zweiter Teil Lina studiert Medizin an der Uni Sahne und medicin an der Uni Tag 4, zweiter Teil Wo studiert Lina? An der Universität. Lina studiert an der Uni. Wer studiert an der Uni? Lina. Lina studiert Medizin an der Uni. Tag 4, zweiter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Arbeitet Lina oder studiert Lina? Lina studiert. Was macht Lina? Studieren. Lina studiert. Und was studiert sie? Medizin. Sie studiert Medizin. Wo studiert Lina? An der Universität. Lina studiert an der Uni. Wer studiert an der Uni? Lina studiert Medizin an der Uni. Tag 4, zweiter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Arbeitet Lina oder studiert Lina? Lina studiert. Was macht Lina? Studieren. Lina studiert. Lina studiert. Und was studiert sie? Medizin. Sie studiert Medizin. Wo studiert Lina? An der Universität. Lina studiert an der Uni. Wer studiert an der Uni? Lina studiert Medizin an der Uni. Lina studiert Medizin an der Uni. Tag 4, zweiter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Arbeitet Lina oder studiert Lina? Lina studiert. Was macht Lina? Studieren. Lina studiert. Und was studiert sie? Medizin. Sie studiert Medizin. Wo studiert Lina? An der Universität. Lina studiert an der Uni. Wer studiert an der Uni? Lina. Lina studiert Medizin an der Uni. Tag 4, zweiter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Arbeitet Lina oder studiert Lina? Lina studiert. Was macht Lina? Studieren. Lina studiert. Und was studiert sie? Medizin. Sie studiert Medizin. Wo studiert Lina? An der Universität. Lina studiert an der Uni. Wer studiert an der Uni? Lina. Lina studiert Medizin an der Uni. Tag 4, zweiter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Arbeitet Lina oder studiert Lina? Lina studiert. Was macht Lina? Studieren. Lina studiert. Lina studiert. Und was studiert sie? Medizin. Sie studiert Medizin. Wo studiert Lina? An der Universität. Lina studiert an der Uni. Wer studiert an der Uni? Lina studiert Medizin an der Uni. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Du studierst nicht an der Uni. Was mache ich? Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Nein, du studierst nicht an der Uni. Du studierst nicht an der Uni. Was mache ich? Arbeiten. Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Nein, du studierst nicht an der Uni. Was mache ich? Arbeiten. Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Nein, du studierst nicht an der Uni. Was mache ich? Arbeiten. Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Nein, du studierst nicht an der Uni. Was mache ich an der Uni? Was mache ich an der Uni? Arbeiten. Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Nein, du studierst nicht an der Uni. Was mache ich an der Uni? Was mache ich an der Uni? Arbeiten. Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Nein, du studierst nicht an der Uni. Ich arbeite als Mechaniker. Was mache ich an der Uni? Was mache ich an der Uni? Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Nein, du studierst nicht an der Uni. Ich arbeite als Mechaniker. Was mache ich? Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Nein, du studierst nicht an der Uni. Was mache ich? Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, dritter Teil. Ich arbeite als Mechaniker. Studiere ich an der Uni? Nein, du studierst nicht an der Uni. Was mache ich? Arbeiten. Du arbeitest. Studiere oder arbeite ich? Du studierst nicht. Du arbeitest. Und als was arbeite ich? Als Mechaniker. Du arbeitest als Mechaniker. Bin ich ein Student oder ein Mechaniker? Du bist kein Student. Du bist ein Mechaniker. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Haben wir ein Auto? Nein, ihr habt kein Auto. Ihr habt Jobangebote. Was haben wir? Jobangebote. Ihr habt Jobangebote. Haben wir Jobangebote aus Spanien? Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Haben wir ein Auto? Nein, ihr habt kein Auto. Ihr habt Jobangebote. Jobangebote. Was haben wir? Jobangebote. Jobangebote. Ihr habt Jobangebote. Haben wir Jobangebote aus Spanien? Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. bit. Was ist das año? Wir haben Jobangebote. Kinder 5,4 Kinder 5,5 Kinder 5,0 Kinder 5,4 Also, wir haben Jobangebote aus Deutschland. Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Haben wir ein Auto? Nein, ihr habt kein Auto. Ihr habt Jobangebote. Was haben wir? Jobangebote. Ihr habt Jobangebote. Haben wir Jobangebote aus Spanien? Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Haben wir ein Auto? Nein, ihr habt kein Auto. Ihr habt Jobangebote. Jobangebote. Was haben wir? Jobangebote. Ihr habt Jobangebote. Haben wir Jobangebote aus Spanien? Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Haben wir ein Auto? Auto? Nein, ihr habt kein Auto. Ihr habt Jobangebote. Was haben wir? Jobangebote. Ihr habt Jobangebote. Haben wir Jobangebote aus Spanien? Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Deutschland. Haben wir ein Auto? Nein, ihr habt kein Auto. Ihr habt Jobangebote. Was haben wir? Jobangebote. Ihr habt Jobangebote. Haben wir Jobangebote aus Spanien? Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 5, vierter Teil. Haben wir ein Auto? Nein, ihr habt kein Auto. Ihr habt Jobangebote. Was haben wir? Jobangebote. Ihr habt Jobangebote. Haben wir Jobangebote aus Spanien? Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 5, vierter Teil. Haben wir ein Auto? Nein, ihr habt kein Auto. Ihr habt Jobangebote. Was haben wir? Jobangebote. Ihr habt Jobangebote. Jobangebote. Haben wir Jobangebote aus Spanien? Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, vierter Teil. Tag 4, vierter Teil. Wir haben Jobangebote aus Deutschland. Haben wir ein Auto? Nein, ihr habt kein Auto. Ihr habt Jobangebote. Jobangebote. Was haben wir? Jobangebote. Was haben wir? Ihr habt Jobangebote. Haben wir Jobangebote aus Spanien? Nein, nicht aus Spanien. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Wer hat Jobangebote aus Deutschland? Ihr. Ihr habt Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Ben studiert nicht an der Uni. Er arbeitet als Mechaniker. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Ben studiert nicht an der Uni. Er arbeitet als Mechaniker. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Ben studiert nicht an der Uni. Er arbeitet als Mechaniker. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Lina studiert Medizin an der Universität. Lina studiert Medizin an der Universität. Ben studiert nicht an der Uni. Er arbeitet als Mechaniker. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Ben studiert nicht an der Uni. Er arbeitet als Mechaniker. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Lina studiert Medizin an der Universität. Ben studiert nicht an der Uni. Er arbeitet als Mechaniker. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Lina studiert Medizin an der Universität. Ben studiert nicht an der Uni. Er arbeitet als Mechaniker. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Lina studiert Medizin an der Universität. Ben studiert nicht an der Uni. Er arbeitet als Mechaniker. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Tag 4, fünfter Teil. Lina studiert Medizin an der Universität. Lina studiert Medizin an der Universität. Ben studiert nicht an der Uni. Er arbeitet als Mechaniker. Sie haben Jobangebote aus Deutschland. Tag 4, fünfter Teil. Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 4, sechster Teil. Tag 5, fünfter Teil. Lina hat Medizin an der Universität studiert. Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 4, sechster Teil. Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 4, sechster Teil. Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 4, sechster Teil. Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 4, sechster Teil Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 4, sechster Teil Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 4, sechster Teil Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 4, sechster Teil Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 4, sechster Teil Lina hat Medizin an der Universität studiert. Ben hat nicht an der Uni studiert. Er hat als Mechaniker gearbeitet. Lina und Ben hatten kein Auto. Sie hatten Jobangebote aus Deutschland. Okay, das war's und wir sehen uns morgen. Tag 5, erster Teil Hallo, ich bin's, Ben. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Tag 5, zweiter Teil Wir müssen besser Deutsch sprechen. Müssen wir besser lernen? Nein, nicht lernen. Ihr müsst besser sprechen. Müssen wir besser Englisch sprechen? Nein, ihr müsst besser Deutsch sprechen. Wer muss besser Deutsch sprechen? Tag 5, dritter Teil Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Hören wir Musik? Nein, keine Musik. Ihr hört eure Audios. Wann hören wir unsere Audios? Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag oder jede Woche? Nicht jede Woche. Nicht jede Woche. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Hören wir deine Audios? Nein, ihr hört eure Audios. Tag 5, vierter Teil Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Helfe ich Lina? Ja, du hilfst ihr. Wem helfe ich? Lina, du hilfst Lina. Und was macht Lina? Dir helfen. Lina hilft dir. Also, wer hilft wem? Du hilfst Lina und Lina hilft dir. Tag 5, fünfter Teil Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Englisch sprechen. Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Daraus hören sie jeden Tag ihre Audios. Ben hilft Lina und Lina hilft ben. Tag 5, 6. Teil Sie mussten nicht besser Spanisch sprechen. Sie mussten besser Deutsch sprechen. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Sie haben darum jeden Tag ihre Audios gehört. Ben hat ihr geholfen. Und Lina hat ihm geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 5, 1. Teil Hallo, ich bin's, Ben. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Tag 5, 1. Teil Hallo, ich bin's, Ben. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Tag 5, 1. Teil Hallo, ich bin's, Ben. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Tag 5, 1. Teil Tag 5, 1. Teil Tag 5, 2. Teil Wir müssen besser Deutsch sprechen. Tag 5, 1. Teil Hallo, ich bin's, Ben. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Tag 5, 1. Teil Tag 5, 1. Teil Tag 5, 2. Teil Wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Tag 5, 2. Teil Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Nein, wir wissen besser Deutsch sprechen. Nein, wir müssen besser Deutsch sprechen. Müssen wir besser oder schlechter sprechen? Besser. Ihr müsst besser sprechen. Wer muss besser Deutsch sprechen? Ihr. Ihr müsst besser Deutsch sprechen. Tag 5, zweiter Teil. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Müssen wir besser lernen? Nein, nicht lernen. Ihr müsst besser sprechen. Müssen wir besser Englisch sprechen? Nein, ihr müsst besser Deutsch sprechen. Sprechen wir gut Deutsch? Nein, ihr sprecht nicht gut Deutsch. Müssen wir besser oder schlechter sprechen? Besser. Ihr müsst besser sprechen. Wer muss besser Deutsch sprechen? Ihr. Ihr müsst besser Deutsch sprechen. Tag 5, zweiter Teil. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Müssen wir besser lernen? Nein, ihr müsst besser Deutsch sprechen. Nein, ihr müsst besser Deutsch sprechen. Nein, ihr müsst besser Deutsch sprechen. Nein, ihr sprecht nicht gut Deutsch. Tag 5, zweiter Teil. Tag 5, zweiter Teil. Wir müssen besser Deutsch sprechen. Wir müssen besser lernen. Müssen wir besser lernen? Nein, ich runtergehen. Nein, ihr müsst besser Deutsch sprechen. Sprechen wir gut Deutsch? Nein, ihr sprecht nicht gut Deutsch. Müssen wir besser oder schlechter sprechen? Besser, ihr müsst besser sprechen. Wer muss besser Deutsch sprechen? Ihr, ihr müsst besser Deutsch sprechen. Tag 5, dritter Teil. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Hören wir Musik? Nein, keine Musik. Ihr hört eure Audios. Wann hören wir unsere Audios? Jeden Tag. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag oder jede Woche? Nicht jede Woche. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Hören wir deine Audios? Nein, ihr hört nicht meine Audios. Ihr hört eure Audios. Tag 5, dritter Teil. Tag 5, dritter Teil. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Tag 6, dritter Teil. Hören wir unsere Audios. Nein, keine Musik. Ihr hört eure Audios. Ihr hört eure Audios. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag oder jede Woche? Jeden Tag oder jede Woche? Jeden Tag oder jede Woche? Nein, ihr hört meine Audios. Jeden Tag oder jede Woche? Jeden Tag oder jede Woche? Jeden Tag oder jede Woche? Hören wir unsere Audios? Jeden Tag. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag oder jede Woche? Nicht jede Woche. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Hören wir deine Audios? Nein, ihr hört nicht meine Audios. Ihr hört eure Audios. Tag 5, dritter Teil. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Hören wir Musik? Nein, keine Musik. Ihr hört eure Audios. Wann hören wir unsere Audios? Jeden Tag. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag oder jede Woche? Nicht jede Woche. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Hören wir deine Audios? Nein, ihr hört nicht meine Audios. Ihr hört eure Audios. Jeden Tag. Tag 5, dritter Teil. Tag 5, dritter Teil. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Jeden Tag bei dir. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag oder jede Woche. Nicht jede Woche. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Hören wir deine Audios? Nein, ihr hört nicht meine Audios. Ihr hört eure Audios. Tag 5, dritter Teil. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Hören wir Musik? Nein, keine Musik. Ihr hört eure Audios. Wann hören wir unsere Audios? Jeden Tag. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag oder jede Woche? Nicht jede Woche. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Hören wir deine Audios? Nein, ihr hört nicht meine Audios. Ihr hört eure Audios. Tag 5, dritter Teil. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Hören wir Musik? Nein, keine Musik. Ihr hört eure Audios. Wann hören wir unsere Audios? Wann hören wir unsere Audios? Jeden Tag. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag oder jede Woche? Nicht jede Woche. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Hören wir deine Audios? Wann hören wir unsere Audios? Jeden Tag. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag oder jede Woche? Nicht jede Woche. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Hören wir deine Audios? Nein, ihr hört nicht meine Audios. Ihr hört eure Audios. Tag 5, dritter Teil. Darum hören wir jeden Tag unsere Audios. Hören wir Musik? Nein, keine Musik. Ihr hört eure Audios. Wann hören wir unsere Audios? Jeden Tag. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag oder jede Woche? Nicht jede Woche. Ihr hört eure Audios jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Hören wir deine Audios? Jeden Tag. 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 vent Tag 5, vierter Teil. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Helfe ich Lina? Ja, du hilfst ihr. Wem helfe ich? Lina, du hilfst Lina. Und was macht Lina? Dir helfen. Lina hilft dir. Also, wer hilft wem? Du hilfst Lina und Lina hilft dir. Tag 5, vierter Teil. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Helfe ich Lina? Ja. Du hilfst ihr. Wem helfe ich? Lina, du hilfst Lina. Und was macht Lina? Dir helfen. Lina hilft dir. Also, wer hilft wem? Du hilfst Lina und Lina hilft dir. Tag 5, vierter Teil. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Lina hilft dir. Helfe ich Lina? Ja, du hilfst ihr. Wem helfe ich? Lina, du hilfst Lina. Lina, du hilfst Lina. Und Lina hilft dir. Lina hilft dir. Also, wer hilft wem? Lina, du hilfst Lina und Lina hilft dir. Tag 5, vierter Teil. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Lina, du hilfst Lina. Lina hilft dir. Lina hilft dir. Lina hilft dir. Tag 5, vierter Teil. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Helfe ich Lina? Ja, du hilfst ihr. Wem helfe ich? Lina, du hilfst Lina. Und was macht Lina? Dir helfen. Lina hilft dir. Also, wer hilft wem? Du hilfst Lina und Lina hilft dir. Tag 5, vierter Teil. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Helfe ich Lina? Ja, du hilfst ihr. Wem helfe ich? Lina, du hilfst Lina. Lina, du hilfst dir. Lina hilft dir. Lina hilft dir. Lina hilft dir. Also, wer hilft wem? Du hilfst Lina und Lina hilft dir. Tag 5, vierter Teil. Tag 5, vierter Teil. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Helfe ich Lina? Ja, du hilfst ihr. Lina, du hilfst Lina. Wem helfe ich Lina? Lina, du hilfst Lina. Und was macht Lina? Dir helfen. Lina hilft dir. Also, wer hilft wem? Du hilfst Lina und Lina hilft dir. Tag 5, vierter Teil. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Helfe ich Lina? Ja, du hilfst ihr. Wem helfe ich? Lina, du hilfst Lina. Und was macht Lina? Dir helfen. Lina hilft dir. Also, wer hilft wem? Du hilfst Lina und Lina hilft dir. Tag 5, vierter Teil. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Helfe ich Lina? Ja, du hilfst ihr. Wem helfe ich? Lina, du hilfst Lina. Lina, du hilfst Lina und Lina hilft dir. Tag 5, vierter Teil. Tag 5, vierter Teil. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Helfe ich Lina? Ja, du hilfst ihr. Lina, du hilfst Lina. Wem helfe ich? Lina, du hilfst Lina. Und was macht Lina? Dir helfen. Lina hilft dir. Also, wer hilft wem? Du hilfst Lina und Lina hilft dir. Tag 5, fünfter Teil. Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören sie jeden Tag ihre Audios. Ben hilft Lina. Und Lina hilft Ben. Tag 5, fünfter Teil. Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören sie jeden Tag ihre Audios. Ben hilft Lina. Und Lina hilft Ben. Tag 5, fünfter Teil. Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören sie jeden Tag ihre Audios. Ben hilft Lina. Und Lina hilft Ben. Tag 5, fünfter Teil. Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören sie jeden Tag ihre Audios. Ben hilft Lina. Ben hilft Lina. Und Lina hilft Ben. Tag 5, fünfter Teil. Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören sie jeden Tag ihre Audios. Ben hilft Lina. Ben hilft Lina. Und Lina hilft Ben. Tag 5, fünfter Teil. Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören sie jeden Tag ihre Audios. Ben hilft Lina. Und Lina hilft Ben. Tag 5, fünfter Teil. Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören sie jeden Tag ihre Audios. Ben hilft Lina. Und Lina hilft Ben. Tag 5, fünfter Teil. Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören Sie jeden Tag Ihre Audios. Ben hilft Lina und Lina hilft Ben. Tag 5, fünfter Teil Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören Sie jeden Tag Ihre Audios. Ben hilft Lina und Lina hilft Ben. Tag 5, fünfter Teil Sie müssen nicht besser Englisch sprechen. Sie müssen besser Deutsch sprechen. Darum hören Sie jeden Tag Ihre Audios. Ben hilft Lina und Lina hilft Ben. Tag 5, sechster Teil Sie mussten nicht besser Spanisch sprechen. Sie mussten besser Deutsch sprechen. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Sie haben darum jeden Tag Ihre Audios gehört. Ben hat ihr geholfen. Und Lina hat ihm geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 5, sechster Teil Sie mussten nicht besser Spanisch sprechen. Sie mussten besser Deutsch sprechen. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Sie haben darum jeden Tag Ihre Audios gehört. Ben hat ihr geholfen. Und Lina hat ihm geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 5, sechster Teil Sie mussten nicht besser Spanisch sprechen. Sie mussten besser Deutsch sprechen. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Sie haben darum jeden Tag ihre Audios gehört. Ben hat ihr geholfen. Und Lina hat ihm geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 5, sechster Teil Sie mussten nicht besser Spanisch sprechen. Sie mussten besser Deutsch sprechen. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Sie haben die Musik gehört. Sie haben darum jeden Tag ihre Audios gehört. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Ben hat ihr geholfen. Und Lina hat ihm geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 5, sechster Teil Sie mussten nicht besser Spanisch sprechen. Sie mussten besser Deutsch sprechen. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Sie haben darum jeden Tag ihre Audios gehört. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Ben hat ihr geholfen. Ben hat ihr geholfen. Und Lina hat ihm geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 5, sechster Teil Sie mussten nicht besser Spanisch sprechen. Sie mussten besser Deutsch sprechen. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Sie haben darum jeden Tag ihre Audios gehört. Ben hat ihr geholfen. Und Lina hat ihm geholfen. Sie haben die Musik gehört. Ich bin ein bisschen geholfen. Sie haben die Musik gehört. Ich bin ein bisschen geholfen. Ben und Lina haben die Musik gehört. Sie haben darum jeden Tag ihre Audios gehört. Ben hat ihr geholfen. Ben hat ihr geholfen. Und Lina hat ihm geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 5, sechster Teil Sie mussten nicht besser Spanisch sprechen. Sie mussten besser Deutsch sprechen. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Sie haben kein Stimme gehören, Sie haben ihre Audios gehört. Sie haben darum jeden Tag ihre Audios gehört. Ben und Lina haben ihre Audios gehört. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Tag 5, sechster Teil Sie mussten nicht besser Spanisch sprechen. Sie mussten besser Deutsch sprechen. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Sie haben darum jeden Tag ihre Audios gehört. Ben hat ihr geholfen. Und Lina hat ihm geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen! Tag 5, sechster Teil Sie mussten nicht besser Spanisch sprechen. Sie mussten besser Deutsch sprechen. Ben und Lina haben keine Musik gehört. Sie haben darum jeden Tag ihre Audios gehört. Ben hat ihr geholfen. Und Lina hat ihm geholfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen! Ich lerne Deutsch. Ich bin Ben Ich bin nicht zehn Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Hören wir jeden Tag unsere Audios. Ich helfe Lina und Lina hilft mir. Ich bin Ben Ich war Ben Ich war nicht zehn Jahre alt. Ich habe den Tag unserer Audios gehört. Ich habe ihr geholfen und Lina hat mir geholfen. Hallo und congratulations, because you just finished the first part of my course, and I really, really hope that you enjoyed the process. If you do so, please take one minute and leave a five-star review. And maybe a little bit more information about your experience with my material. It would help me a lot and I really appreciate it. And I also want to remind you, if you have any questions or any doubts, use our forum, because here myself or other students will answer you as soon as possible. So stay actively and study German this way. And don't forget to check out all my videos on my free video blog on YouTube, because here every week I publish a new video and you can excel them on YouTube or just on my website. Okay, so stay strong, study every day, be positive and you will succeed soon. Okay, thank you very much and don't forget eins, zwei, drei Deutsch ist das Beste für euch. Tschüss! Hallo! Guten Tag! Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Sie wird 23 Jahre. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit. Prost und nicht guten Appetit. Und warum Prost? Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. Ihr Geburtstag ist heute. Ist heute mein Geburtstag? Nein, heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, dritter Teil. Sie wird 23 Jahre. Wird Lina 32 oder 23? 23. Sie wird 23 und nicht 32. Werde ich 23? Nein, du wirst nicht 23. Lina wird 23. Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Tag 6, vierter Teil. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Schenke ich ihr ein Buch? Nein, kein Buch. Du schenkst ihr eine Reise. Wem schenke ich eine Reise? Lina. Lina. Du schenkst Lina eine Reise. Eine Reise nach Norwegen? Nein, nicht nach Norwegen. Eine Reise nach Deutschland. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Du. Du schenkst ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil. Prost, Prost, Prost. Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, sechster Teil. Gestern war der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie ist 23 Jahre geworden. Und Ben hatte eine Idee. Er hat ihr eine Reise nach Deutschland geschenkt. Auf Wiedersehen. Tag 6, erster Teil. Hallo, guten Tag. Prost. Heute ist der Geburtstag von Lina. Sie wird 23 Jahre. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, erster Teil. Hallo, guten Tag. Prost. Heute ist der Geburtstag von Lina. Sie wird 23 Jahre. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, erster Teil. Tag 6, erster Teil. Tag 6, erster Teil. Sie wird 23 Jahre. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, erster Teil. Tag 6, erster Teil. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Tag 6, erster Teil. Sie wird 23 Jahre. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, erster Teil. Hallo, guten Tag. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, erster Teil. Tag 6, erster Teil. Tag 6, erster Teil. Tag 6, erster Teil. Prost. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, erster Teil. Tag 6, erster Teil. Tag 7, erster Teil. Tag 6, erster Teil. nach Deutschland. Tag 6, erster Teil. Hallo, guten Tag. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Sie wird 23 Jahre. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, erster Teil. Hallo, guten Tag. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Sie wird 23 Jahre. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, erster Teil. Hallo, guten Tag. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Sie wird 23 Jahre. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit? Prost und nicht guten Appetit. Und warum Prost? Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. Ihr Geburtstag ist heute. Ist heute mein Geburtstag? Nein, heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit? Prost und nicht guten Appetit. Prost! Und warum? Prost! Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit? Prost und nicht guten Appetit. Und warum Prost? Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. Ihr Geburtstag ist heute. Ist heute mein Geburtstag? Nein, heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit? Prost! Und nicht guten Appetit. Und warum Prost? Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. Ihr Geburtstag ist heute. Ist heute mein Geburtstag? Nein, heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit? Prost und nicht guten Appetit. Und warum Prost? Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. Ihr Geburtstag ist heute. Ist heute mein Geburtstag? Nein, heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit? Prost und nicht guten Appetit. Und warum Prost? Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina hat Geburtstag von Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. Ihr Geburtstag ist heute. Ist heute ist heute mein Geburtstag? Nein, heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit? Prost und nicht guten Appetit. Und warum Prost? Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. Ihr Geburtstag ist heute. Ist heute mein Geburtstag? Nein, heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit? Prost und nicht guten Appetit. Und warum Prost? Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. Ihr Geburtstag ist heute. Ist heute mein Geburtstag? Nein, heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit. Prost und nicht guten Appetit. Und warum Prost? Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. Heute. Ihr Geburtstag ist heute. Ist heute mein Geburtstag? Nein, heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, zweiter Teil. Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina. Prost oder guten Appetit. Prost und nicht guten Appetit. Und warum Prost? Weil heute der Geburtstag von Lina ist. Wer hat Geburtstag? Lina. Lina hat Geburtstag. Und wie alt wird Lina? 23. Lina wird 23. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. Ihr Geburtstag ist heute. Ist heute mein Geburtstag? Nein, heute ist nicht dein Geburtstag. Heute ist der Geburtstag von Lina. Tag 6, dritter Teil. Sie wird 23 Jahre. Wird Lina 32 oder 23? 23. Sie wird 23 und nicht 32. Werde ich 23? Nein, du wirst nicht 23. Lina wird 23. Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Tag 6, dritter Teil. Sie wird 23 Jahre. Wird Lina 32 oder 23? 23. Sie wird 23 und nicht 32. Wird Lina 23? Wird Lina 23 oder 23? Nein, du wirst nicht 23. Lina wird 23. Lina wird 23. Wer wird 23? Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Tag 6, dritter Teil. Tag 6, dritter Teil. Sie wird 23 Jahre. Wird Lina 32 oder 23? 23. Sie wird 23 und nicht 32. Wird Lina 23? Wird Lina 23? Lina 23? Nein, du wirst nicht 23. Nein, du wirst nicht 23. Lina wird 23. Lina wird 23. Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Lina. Lina wird 23. Tag 6, dritter Teil. Sie wird 23. Lina wird 23. Wird Lina 32 oder 23? 23. 23. Sie wird 23 und nicht 32. Werde ich 23? Nein, du wirst nicht 23. Lina wird 23. Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Tag 6, dritter Teil. Sie wird 23 Jahre. Wird Lina 32 oder 23? 23. Sie wird 23 und nicht 32. Wird Lina 23? 23. Nein, du wirst nicht 23. 23. Lina wird 23. Lina wird 23. Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Tag 6, dritter Teil. Sie wird 23. Lina wird 23. Wird Lina 32 oder 23? 23. 23. Sie wird 23 und nicht 32. Sie wird 23. Lina. Lina wird 23. Lina. Lina wird 23. Lina wird 23. Lina wird 23. Lina wird 23. Sie wird 23 und nicht 32. Werde ich 23? Nein, du wirst nicht 23. Lina wird 23. Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Tag 6, dritter Teil. Sie wird 23 Jahre. Wird Lina 32 oder 23? 23. Sie wird 23 und nicht 32. Werde ich 23? Nein, du wirst nicht 23. Lina wird 23. Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Tag 6, dritter Teil. Sie wird 23 Jahre. Wird Lina 32 oder 23? 23. Sie wird 23 und nicht 32. Werde ich 23? Nein, du wirst nicht 23. Lina wird 23. Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Tag 6, dritter Teil. Sie wird 23 Jahre. Lina wird 23. Wird Lina 32 oder 23? 23. Sie wird 23 und nicht 32. Werde ich 23? Nein, du wirst nicht 23? Nein, du wirst nicht 23. Lina wird 23. Lina wird 23. Wer wird 23? Lina. Lina wird 23. Tag 6, vierter Teil. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Schenke ich ihr ein Buch? Nein, kein Buch. Du schenkst ihr eine Reise. Wem schenke ich eine Reise? Lina. Du schenkst Lina eine Reise. Eine Reise nach Norwegen? Nein, nicht nach Norwegen. Eine Reise nach Deutschland. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Du. Du schenkst ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, vierter Teil. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Schenke ich ihr ein Buch? Nein, kein Buch. Du schenkst ihr eine Reise. Wem schenke ich eine Reise? Lina. Du schenkst Lina eine Reise. Eine Reise nach Norwegen? Nein, nicht nach Norwegen. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Ich schenkt Lina eine Reise nach Deutschland. Nein, nicht nach Norwegen. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Du. Du schenkst Lina eine Reise nach Deutschland. Tag 6, vierter Teil. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Schenke ich ihr ein Buch? Nein, kein Buch. Du schenkst ihr eine Reise. Wem schenke ich eine Reise? Lina. Du schenkst Lina eine Reise. Eine Reise nach Norwegen? Nein, nicht nach Norwegen. Eine Reise nach Deutschland. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Du schenkst ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, vierter Teil. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Schenke ich ihr ein Buch? Nein, kein Buch. Nein, kein Buch. Du schenkst ihr eine Reise. Wem schenke ich eine Reise? Lina. Du schenkst Lina eine Reise. Eine Reise nach Norwegen? Nein, nicht nach Norwegen. Eine Reise nach Deutschland. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Du. Du schenkst ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, vierter Teil. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Schenke ich ihr ein Buch? Nein, kein Buch. Nein, kein Buch. Du schenkst ihr eine Reise. Wem schenke ich eine Reise? Lina. Du schenkst Lina eine Reise. Eine Reise nach Norwegen? Nein, nicht nach Norwegen. Eine Reise nach Deutschland. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Du. Du schenkst ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, vierter Teil. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Schenke ich ihr ein Buch? Nein, kein Buch. Du schenkst ihr eine Reise. Wem schenke ich eine Reise? Lina. Du schenkst Lina eine Reise. Eine Reise nach Norwegen? Nein, nicht nach Norwegen. Eine Reise nach Deutschland. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Du. Du schenkst ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, vierter Teil. Tag 6, vierter Teil. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Schenke ich ihr ein Buch? Nein, kein Buch. Du schenkst ihr eine Reise. Wem schenke ich eine Reise? Lina. Du schenkst Lina eine Reise. Eine Reise nach Norwegen? Nein, nicht nach Norwegen. Eine Reise nach Deutschland. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Du. Du schenkst Lina eine Reise nach Deutschland. Tag 6, vierter Teil. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Schenke ich ihr ein Buch? Nein, kein Buch. Du schenkst ihr eine Reise. Wem schenke ich eine Reise? Lina. Du schenkst Lina eine Reise. Eine Reise nach Norwegen? Nein, nicht nach Norwegen. Eine Reise nach Deutschland. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Du. Du schenkst ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, vierter Teil. Ich schenke ihr eine Reise nach Deutschland. Schenke ich ihr ein Buch? Nein, kein Buch. Du schenkst ihr eine Reise. Wem schenke ich eine Reise? Lina. Lina. Du schenkst Lina eine Reise. Eine Reise nach Norwegen? Nein, nicht nach Norwegen. Eine Reise nach Deutschland. Wer schenkt Lina eine Reise nach Deutschland? Du. Du schenkst ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil. Prost, Prost, Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil. Prost, Prost, Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil. Prost, 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 Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil. Prost, 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 Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil. Prost, 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 Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil. Tag 6, fünfter Teil. Prost, Prost, Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil. Tag 6, fünfter Teil. Prost, Prost, Prost! Prost, Prost, Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil. Prost, Prost, Prost! Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil Prost, Prost, Prost Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, fünfter Teil Prost, Prost, Prost Heute ist der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie wird 23 Jahre. Und Ben ist immer noch 20. Ben schenkt ihr eine Reise nach Deutschland. Tag 6, sechster Teil Gestern war der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie ist 23 Jahre geworden. Und Ben hatte eine Idee. Er hat ihr eine Reise nach Deutschland geschenkt. Auf Wiedersehen! Tag 6, sechster Teil Gestern war der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie ist 23 Jahre geworden. Und Ben hatte eine Idee. Er hat ihr eine Reise nach Deutschland geschenkt. Auf Wiedersehen! Tag 6, sechster Teil Gestern war der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie ist 23 Jahre geworden. Und Ben hatte eine Idee. Er hat ihr eine Reise nach Deutschland geschenkt. Auf Wiedersehen! Tag 6, sechster Teil Gestern war der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie ist 23 Jahre geworden. Sie ist 23 Jahre geworden. Und Ben hatte eine Idee. Er hat ihr eine Reise nach Deutschland geschenkt. Auf Wiedersehen! Tag 6, sechster Teil Gestern war der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie ist 23 Jahre geworden. Sie ist 23 Jahre geworden. Sie ist 23 Jahre geworden und Ben hatte eine Idee. Er hat ihr eine Reise nach Deutschland geschenkt. Auf Wiedersehen! Tag 6, sechster Teil Gestern war der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie ist 23 Jahre geworden und Ben hatte eine Idee. Er hat ihr eine Reise nach Deutschland geschenkt. Tag 6, sechster Teil Gestern war der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie ist 23 Jahre geworden. Sie ist 23 Jahre geworden und Ben hatte eine Idee. Er hat ihr eine Reise nach Deutschland geschenkt. Auf Wiedersehen! Tag 6, sechster Teil Tag 6, sechster Teil Gestern war der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie ist 23 Jahre geworden und Ben hatte eine Idee. Er hat ihr eine Reise nach Deutschland geschenkt. Auf Wiedersehen! Tag 6, sechster Teil Gestern war der Geburtstag von Lina und nicht von Ben. Sie ist 23 Jahre geworden und Ben hatte eine Idee. Er hat ihr eine Reise nach Deutschland geschenkt. Auf Wiedersehen! Tag 7, erster Teil Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, zweiter Teil Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Fahren wir zum Supermarkt? Nein, ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Tag 7, dritter Teil. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Bin ich das erste Mal in der Schweiz? Nein, nicht in der Schweiz, in Deutschland. Wo bin ich das erste Mal? In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina schon, aber du nicht. Lina war schon einmal in Deutschland. Also, bin ich das erste Mal in Deutschland? Ja, genau. Du bist das erste Mal in Deutschland. Tag 7, vierter Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Wie ist das Wetter? Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, fünfter Teil. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Sie fliegen nicht nach Rom, sondern nach Berlin. Ben ist das erste Mal in Deutschland. Und Lina das zweite Mal. In Deutschland ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, sechster Teil. Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin geflogen. Ben war das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Das war's für heute. Bis morgen. Tag 7, erster Teil. Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, erster Teil. Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Tag 7, erster Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, erster Teil. Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Tag 7, erster Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, erster Teil. Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, erster Teil. Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Mal. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, erster Teil. Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, erster Teil. Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, erster Teil. Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, erster Teil. Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, erster Teil. Tag 7, erster Teil. Juhu! Ich bin Ben. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Tag 7, erster Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, zweiter Teil. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Fahren wir zum Supermarkt? Nein, ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Ihr. Ihr fahrt zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Tag 7, zweiter Teil. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Berlin. Wir fahren zum Flughafen. Wir fahren zum Flughafen. Nein, ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Ihr. Ihr fahrt zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Tag 7, zweiter Teil. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Fahren wir zum Supermarkt? Nein, ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Ihr. Ihr fahrt zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Tag 7, zweiter Teil. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Fahren wir zum Supermarkt? Nein, ihr. Ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Tag 7, zweiter Teil. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Ihr. Ihr fahrt zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Tag 7, zweiter Teil. Wir fahren zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Fahren wir zum Supermarkt? Nein, ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Ihr. Ihr fahrt zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Tag 7, zweiter Teil. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Tag 8, zweiter Teil. Fahren wir zum Supermarkt? Nein, ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Ihr. Ihr fahrt zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Tag 7, zweiter Teil. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Wir fahren zum Flughafen und fliegen. Nein, ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Ihr. Ihr fahrt zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Tag 7, zweiter Teil. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Fahren wir zum Supermarkt? Nein, ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Ihr. Ihr fahrt zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Tag 7, zweiter Teil. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Berlin. Nein, ihr fahrt nicht zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Nein, ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Ihr. Ihr fahrt zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Tag 7, zweiter Teil. Wir fahren zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Wir fahren zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Fahren wir zum Supermarkt? Nein, ihr fahrt nicht zum Supermarkt. Und wohin fahren wir? Zum Flughafen. Ihr fahrt zum Flughafen. Fliegen oder fahren wir nach Berlin? Ihr fliegt. Ihr fliegt nach Berlin. Wohin fliegen wir? Nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Wer fährt zum Flughafen und fliegt nach Berlin? Ihr. Ihr fahrt zum Flughafen und fliegt nach Berlin. Tag 7, dritter Teil. Ich bin das erste Mal in Deutschland. Und Lina das zweite Mal. Bin ich das erste Mal in der Schweiz? Nein, nicht in der Schweiz. In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina schon. Aber du nicht. Lina war schon einmal in Deutschland. Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Ja, genau. Du bist das erste Mal in Deutschland. Tag 7, dritter Teil. Tag 8, dritter Teil. Ich bin das erste Mal in Deutschland. Und Lina das zweite Mal. Bin ich das erste Mal in der Schweiz? Nein, nicht in der Schweiz. In Deutschland. Wo bin ich das erste Mal? In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. In Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina war schon einmal in Deutschland. Lina war schon einmal in Deutschland. Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Ja, genau. Du bist das erste Mal in Deutschland. Tag 7, dritter Teil Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Bin ich das erste Mal in der Schweiz? Nein, nicht in der Schweiz, in Deutschland. Wo bin ich das erste Mal? In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina schon, aber du nicht. Lina war schon einmal in Deutschland. Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Ja, genau. Du bist das erste Mal in Deutschland. Tag 7, dritter Teil Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Bin ich das erste Mal in der Schweiz? Nein, nicht in der Schweiz, in Deutschland. Wo bin ich das erste Mal? In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina schon, aber du nicht. Lina war schon einmal in Deutschland. Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Tag 7, dritter Teil Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal in Deutschland. Bin ich das erste Mal in Deutschland? Nein, nicht in der Schweiz, in Deutschland. Wo bin ich das erste Mal? In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina schon, aber du nicht. Lina war schon einmal in Deutschland. Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Ja, genau. Du bist das erste Mal in Deutschland. Tag 7, dritter Teil Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Bin ich das erste Mal in der Schweiz? Nein, nicht in der Schweiz, in Deutschland. Wo bin ich das erste Mal? In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal in Deutschland. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina schon, aber du nicht. Lina war schon einmal in Deutschland. Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Tag 7, dritter Teil Tag 7, dritter Teil Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Bin ich das erste Mal in Deutschland? Bin ich das erste Mal in Deutschland? Nein, nicht in der Schweiz, in Deutschland. Wo bin ich das erste Mal in Deutschland? In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina schon, aber du nicht. Lina war schon einmal in Deutschland. Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Ja, genau. Du bist das erste Mal in Deutschland. Tag 7, dritter Teil Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Bin ich das erste Mal in der Schweiz? Nein, nicht in der Schweiz. In Deutschland. Wo bin ich das erste Mal? In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina schon, aber du nicht. Lina war schon einmal in Deutschland. Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Ja, genau. Du bist das erste Mal in Deutschland. Tag 7, dritter Teil Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Bin ich das erste Mal in der Schweiz? Nein, nicht in der Schweiz. Nein, nicht in der Schweiz. In Deutschland. Wo bin ich das erste Mal? In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina schon, aber du nicht. Lina war schon einmal in Deutschland. Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Ja, genau. Du bist das erste Mal in Deutschland. Tag 7, dritter Teil Ich bin das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Tag 8, dritter Teil Bin ich das erste Mal in Deutschland? Nein, nicht in der Schweiz. In Deutschland. Wo bin ich das erste Mal? In Deutschland. Du bist das erste Mal in Deutschland. Ist Lina auch das erste Mal in Deutschland? Nein, das zweite Mal. Sie ist das zweite Mal in Deutschland. Waren wir schon einmal in Deutschland? Lina schon, aber du nicht. Lina war schon einmal in Deutschland. Also bin ich das erste Mal in Deutschland? Ja, genau. Du bist das erste Mal in Deutschland. Tag 7, vierter Teil Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Wie ist das Wetter? Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, vierter Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Super. Das Wetter ist super. Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, vierter Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Wie ist das Wetter? Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, vierter Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Wie ist das Wetter? Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, vierter Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Wie ist das Wetter? Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, vierter Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Wie ist das Wetter? Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, vierter Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Wie ist das Wetter? Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, vierter Teil. Tag 7, vierter Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Wie ist das Wetter? Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, vierter Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Wie ist das Wetter? Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, vierter Teil. Es ist Sommer und das Wetter ist super. Ist es Winter? Nein, es ist kein Winter. Es ist Sommer. Welche Jahreszeit ist es? Sommer. Es ist Sommer. Und ist das Wetter gut oder schlecht? Super. Das Wetter ist super. Wie ist das Wetter? Super. Das Wetter ist super. Wann ist das Wetter super? Im Sommer. Das Wetter ist im Sommer super. Tag 7, fünfter Teil. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Sie fliegen nicht nach Rom, sondern nach Berlin. Ben ist das erste Mal in Deutschland. Und Lina das zweite Mal. Und Lina das zweite Mal. In Deutschland ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, fünfter Teil. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Sie fliegen nicht nach Rom, sondern nach Berlin. Ben ist das erste Mal in Deutschland. Ben ist das erste Mal in Deutschland. Und Lina das zweite Mal. In Deutschland ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, fünfter Teil. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Sie fliegen nicht nach Rom, sondern nach Berlin. Ben ist das erste Mal in Deutschland. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Sie fliegen nicht nach Rom, sondern nach Berlin. Ben ist das erste Mal in Deutschland. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Und Lina fahren zum Flughafen. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Sie fliegen nicht nach Rom, sondern nach Berlin. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Sie fliegen nicht nach Rom, sondern nach Berlin. Ben ist das erste Mal in Deutschland. Und Lina das zweite Mal. In Deutschland ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, fünfter Teil. Tag 7, fünfter Teil. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Sie fliegen nicht nach Rom, sondern nach Berlin. Ben ist das erste Mal in Deutschland. Und Lina das zweite Mal. In Deutschland ist Sommer und das Wetter ist super. Tag 7, fünfter Teil. Tag 7, fünfter Teil. Ben und Lina fahren zum Flughafen. Sie fliegen nicht nach Rom, sondern nach Berlin. Ben ist das erste Mal in Deutschland. Tag 7, fünfter Teil. Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin. Sie sind nach Berlin geflogen. Ben war das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Tag 7, fünfter Teil. Das war's für heute. Tag 7, fünfter Teil. Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin geflogen. Ben war das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. Tag 7, fünfter Teil. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Das war's für heute. Bis morgen. Tag 7, sechster Teil. Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin geflogen. Tag 8, fünfter faisengen. Ben war das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Das war's für heute. Bis morgen. Tag 7, sechster Teil Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin geflogen. Ben war das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Das war's für heute. Bis morgen. Tag 7, sechster Teil Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin geflogen. Ben war das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Das war's für heute. Bis morgen. Tag 7, sechster Teil Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin geflogen. Ben war das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Das war's für heute. Bis morgen. Tag 7, sechster Teil Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin geflogen. Ben war das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal in Deutschland. Und Lina das zweite Mal in Deutschland. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Das war's für heute. Bis morgen. Tag 7, sechster Teil Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin geflogen. Ben war das erste Mal in Deutschland. Und Lina das zweite Mal. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Das war's für heute. Bis morgen. Tag 7, sechster Teil Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin geflogen. Ben war das erste Mal in Deutschland und Lina das zweite Mal. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Das war's für heute. Bis morgen. Tag 7, sechster Teil Ben und Lina sind zum Flughafen gefahren. Sie sind nach Berlin geflogen. Ben war das erste Mal in Deutschland und Lina sind zum Flughafen gefahren. Und Lina sind zum Flughafen gefahren. Und Lina sind zum Flughafen gefahren. In Deutschland war Sommer und das Wetter war super. Das war's für heute. Bis morgen. Tag 8, erster Teil Tag 8, sechster Teil Ja, hallo, ich bin's wieder. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Tag 8, zweiter Teil Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, nicht im Auto. Ihr schlaft im Hotel. Und wo ist das Hotel? Im Zentrum. Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, dritter Teil Ich möchte die ganze Stadt sehen. Möchte ich die Stadt sehen? Ja, du möchtest die Stadt sehen. Möchte ich viel oder nur ein bisschen sehen? Viel Du möchtest die ganze Stadt sehen. Wie heißt die Stadt? Berlin Die Stadt heißt Berlin. Was möchte ich sehen? Die ganze Stadt. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Tag 8, vierter Teil Und Lina möchte eine Currywurst essen. Was möchte Lina machen? Essen. Lina möchte essen. Hat Lina Hunger? Ja, sie hat Hunger. Und was möchte sie essen? Eine Currywurst. Sie möchte eine Currywurst essen. Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Tag 8, fünfter Teil Ben und Lina schlafen nicht im Auto. Sie schlafen in einem Hotel im Zentrum. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 8, erster Teil Ja, hallo, ich bin's wieder. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ich möchte die ganze Stadt sehen Und Lina möchte eine Currywurst essen Tag 8, erster Teil Ja, hallo, ich bin's wieder Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum Ich möchte die ganze Stadt sehen Tag 8, erster Teil Ja, hallo, ich bin's wieder Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum Ich möchte die ganze Stadt sehen Und Lina möchte eine Currywurst essen Tag 8, erster Teil Ja, hallo, ich bin's wieder Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum Ich möchte die ganze Stadt sehen Und Lina möchte eine Currywurst essen Tag 8, erster Teil Ja, hallo, ich bin's wieder Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum Ich möchte die ganze Stadt sehen Und Lina möchte eine Currywurst essen Tag 8, erster Teil Ja, hallo, ich bin's wieder Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum Tag 8, erster Teil Tag 8, erster Teil Tag 8, erster Teil Ja, hallo, ich bin's wieder Tag 8, erster Teil Hotel im Zentrum. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Tag 8, erster Teil. Ja, hallo, ich bin's wieder. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Tag 8, erster Teil. Ja, hallo, ich bin's wieder. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Tag 8, erster Teil. Ja, hallo, ich bin's wieder. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Tag 8, zweiter Teil. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, nicht im Auto. Ihr schlaft im Hotel. Und wo ist das Hotel? Im Zentrum. Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, zweiter Teil. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, nicht im Auto. Ihr schlaft im Hotel. Und wo ist das Hotel? Im Zentrum. Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, zweiter Teil. Wir schlafen in einem Hotel Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, nicht im Auto. Ihr schlaft im Hotel. Und wo ist das Hotel? im Zentrum? Im Zentrum. Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, zweiter Teil. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, nicht im Auto? Nein, nicht im Auto. Ihr schlaft im Hotel. Und wo ist das Hotel? Im Zentrum. Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, nicht im Hotel? Nein, du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, zweiter Teil. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, wir schlafen im Auto. Nicht im Auto. Nicht im Auto. Ihr schlafen im Hotel. Und wo ist das Hotel? Im Zentrum. Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, zweiter Teil. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, nicht im Auto. Ihr schlaft im Hotel. Und wo ist das Hotel? Und wo ist das Hotel? Im Zentrum? Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Wo schlafen wir? Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, zweiter Teil. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, nicht im Auto? Nein, nicht im Auto. Ihr schlaft im Hotel. Und wo ist das Hotel? Im Zentrum. Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, nicht im Hotel. Du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, zweiter Teil. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, nicht im Auto. Ihr schlaft im Hotel. Und wo ist das Hotel? Im Zentrum. Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, zweiter Teil. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, nicht im Auto. Ihr schlafen wir im Hotel. Und wo ist das Hotel? Im Zentrum. Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, zweiter Teil. Wir schlafen in einem Hotel im Zentrum. Schlafen wir im Auto? Nein, nicht im Auto. Ihr schlaft im Hotel. Und wo ist das Hotel? Im Zentrum. Das Hotel ist im Zentrum. Schlafe ich allein im Hotel? Nein, du schläfst nicht allein im Hotel. Du schläfst mit Lina im Hotel. Wo schlafen wir? Ihr schlaft in einem Hotel im Zentrum. Tag 8, dritter Teil. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Möchte ich die Stadt sehen? Ja, du möchtest die Stadt sehen. Möchte ich viel oder nur ein bisschen sehen? Viel. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Wie heißt die Stadt? Berlin. Die Stadt heißt Berlin. Was möchte ich sehen? Die ganze Stadt. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Tag 8, dritter Teil. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Möchte ich die Stadt sehen? Ja, du möchtest die Stadt sehen. Möchte ich viel oder nur ein bisschen sehen? Viel. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Möchte ich die ganze Stadt sehen? Möchte ich die Stadt sehen? Ja, du möchtest die ganze Stadt sehen. Möchte ich die ganze Stadt sehen? Ja, du möchtest die ganze Stadt sehen. Möchte ich viel oder nur ein bisschen sehen? Viel. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Wie heißt die Stadt? Berlin. Die Stadt heißt Berlin. Was möchte ich sehen? Was möchte ich sehen? Die ganze Stadt. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Tag 8, dritter Teil. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Möchte ich die Stadt sehen? Ja, du möchtest die Stadt sehen. Möchte ich viel oder nur ein bisschen sehen? Viel. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Wie heißt die Stadt? Berlin. Berlin. Die Stadt heißt Berlin. Was möchte ich sehen? Die ganze Stadt. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Tag 8, dritter Teil. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Möchte ich die Stadt sehen? Ja, du möchtest die Stadt sehen. Möchte ich viel oder nur ein bisschen sehen? Viel. Viel. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Wie heißt die Stadt? Berlin. Die Stadt heißt Berlin. Was möchte ich sehen? Die ganze Stadt. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Tag 8, dritter Teil. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Möchte ich die Stadt sehen? Ja, du möchtest die Stadt sehen. Möchte ich viel oder nur ein bisschen sehen? Viel. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Wie heißt die Stadt? Wie heißt die Stadt? Berlin. Berlin. Die Stadt heißt Berlin. Was möchte ich sehen? Die ganze Stadt. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Tag 8, dritter Teil. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Möchte ich die Stadt sehen? Ja, du möchtest die Stadt sehen. Möchte ich viel oder nur ein bisschen sehen? Viel, du möchtest die ganze Stadt sehen. Wie heißt die Stadt? Berlin, die Stadt heißt Berlin. Was möchte ich sehen? Die ganze Stadt. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Tag 8, dritter Teil. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Möchte ich die Stadt sehen? Ja, du möchtest die Stadt sehen. Möchte ich viel oder nur ein bisschen sehen? Viel, du möchtest die ganze Stadt sehen. Wie heißt die Stadt? Berlin, die Stadt heißt Berlin. Was möchte ich sehen? Die ganze Stadt. Du möchtest die ganze Stadt sehen. Tag 8, dritter Teil. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Ja, du möchtest die ganze Stadt sehen. Ja, du möchtest die Stadt sehen. Ja, du möchtest die Stadt sehen. Tag 8, dritter Teil. Tag 8, dritter Teil. Ich möchte die ganze Stadt sehen. Tag 8, dritter Teil. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Was möchte Lina machen? Essen. Lina möchte essen. Hat Lina Hunger? Ja, sie hat Hunger. Und was möchte sie essen? Eine Currywurst. Sie möchte eine Currywurst essen. Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Weil sie Hunger hat. Sie möchte eine Currywurst essen, weil sie Hunger hat. Tag 8, vierter Teil. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Was möchte Lina machen? Essen. Lina möchte essen. Hat Lina Hunger? Ja, sie hat Hunger. Und was möchte sie essen? Eine Currywurst. Sie möchte eine Currywurst essen. Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Sie möchte eine Currywurst essen, weil sie Hunger hat. Tag 8, vierter Teil. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Was möchte Lina machen? Essen. Lina möchte essen. Sie möchte eine Currywurst essen. Hat Lina Hunger? Hat Lina Hunger? Ja, sie hat Hunger. Und was möchte sie essen? Eine Currywurst. Sie möchte eine Currywurst essen. Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Sie möchte eine Currywurst essen, weil sie Hunger hat. Tag 8, vierter Teil. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Was möchte Lina machen? Essen. Lina möchte essen. Hat Lina Hunger? Ja, sie hat Hunger. Und was möchte sie essen? Eine Currywurst. Sie möchte eine Currywurst essen. Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Weil sie Hunger hat. Sie möchte eine Currywurst essen, weil sie Hunger hat. Tag 8, vierter Teil. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Was möchte Lina machen? Essen. Lina möchte essen. Hat Lina Hunger? Ja, sie hat Hunger. Und was möchte sie essen? Eine Currywurst. Sie möchte eine Currywurst essen. Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Weil sie Hunger hat. Sie möchte eine Currywurst essen, weil sie Hunger hat. Tag 8, vierter Teil. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Was möchte Lina machen? Essen. Lina möchte essen. Hat Lina Hunger? Ja, sie hat Hunger. Und was möchte sie essen? Eine Currywurst. Sie möchte eine Currywurst essen. Sie möchte eine Currywurst essen. Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Weil sie Hunger hat. Weil sie Hunger hat. Sie möchte eine Currywurst essen, weil sie Hunger hat. Tag 8, vierter Teil. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Essen. Was möchte Lina machen? Essen. Essen. Lina möchte essen. Hat Lina Hunger? Ja, sie hat Hunger. Und was möchte sie essen? Eine Currywurst. Sie möchte eine Currywurst essen. Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Weil sie Hunger hat. Sie möchte eine Currywurst essen, weil sie Hunger hat. Tag 8, vierter Teil. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Was möchte Lina machen? Essen. Lina möchte essen. Sie möchte eine Currywurst essen, weil sie Hunger hat. Tag 8, vierter Teil. Und Lina möchte eine Currywurst essen. Was möchte Lina machen? Essen. Lina möchte essen. Hat Lina Hunger? Ja, sie hat Hunger. Und was möchte sie essen? Eine Currywurst. Eine Currywurst. Sie möchte eine Currywurst essen. Warum möchte Lina eine Currywurst essen? Weil sie Hunger hat. Sie möchte eine Currywurst essen, weil sie Hunger hat. Tag 8, fünfter Teil. Ben und Lina schlafen nicht im Auto. Ben und Lina schlafen nicht im Auto. Sie schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina hat Hunger. Sie möchte eine Currywurst essen. Tag 8, fünfter Teil. Ben und Lina schlafen nicht im Auto. Sie schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina hat Hunger. Sie möchte eine Currywurst essen. Tag 8, fünfter Teil. Ben und Lina schlafen nicht im Auto. Sie schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina hat Hunger. Sie möchte eine Currywurst essen. Tag 8, fünfter Teil. Ben und Lina schlafen nicht im Auto. Sie schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina hat Hunger. Sie möchte eine Currywurst essen. Tag 8, fünfter Teil. Ben und Lina schlafen nicht im Auto. Sie schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina hat Hunger. Sie möchte eine Currywurst essen. Tag 8, fünfter Teil. Ben und Lina schlafen nicht im Auto. Sie schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina hat Hunger. Sie möchte eine Currywurst essen. Tag 8, fünfter Teil. Ben und Lina schlafen nicht im Auto. Sie schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina hat Hunger. Sie möchte eine Currywurst essen. Tag 8, fünfter Teil. Ben und Lina schlafen nicht im Auto. Sie schlafen in einem Hotel im Zentrum. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Ben möchte die ganze Stadt sehen. Und Lina hat Hunger. Sie möchte eine Currywurst essen. Tag 8, sechster Teil. Ben und Lina haben nicht im Auto geschlafen. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 8, sechster Teil. Ben und Lina haben nicht im Auto geschlafen. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 8, sechster Teil. Ben und Lina haben nicht im Auto geschlafen. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 8, 6. Teil Ben und Lina haben nicht im Auto geschlafen. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 8, 6. Teil Ben und Lina haben nicht im Auto geschlafen. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 8, 6. Teil Ben und Lina haben nicht im Auto geschlafen. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 8, 6. Teil Ben und Lina haben nicht im Auto geschlafen. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 8, 6. Teil Ben und Lina haben nicht im Auto geschlafen. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 8, 6. Teil Ben und Lina haben nicht im Auto geschlafen. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 8, 6. Teil Ben und Lina haben nicht im Auto geschlafen. Sie haben in einem Hotel im Zentrum geschlafen. Ben wollte die ganze Stadt sehen. Und Lina hatte Hunger. Sie wollte eine Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 9, 1. Teil Neuer Tag, neues Glück Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und ich sage schnell guten Appetit. Tag 9, 2. Teil Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, die beste. Sie ist die beste Currywurst. Die beste Currywurst von wo? Von Berlin. Sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, 3. Teil Und Lina kann ihre Currywurst essen. Was kann Lina essen? Ihre Currywurst. Sie kann ihre Currywurst essen. Muss Lina die Currywurst essen? Nein, sie muss nicht, aber sie kann. Sie kann die Currywurst essen. Wer kann die Currywurst essen? Lina kann eine Currywurst essen. Und was kann ich essen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Currywurst? Tag 9, 4. Teil Und ich sage schnell guten Appetit. Sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst guten Appetit. Sage ich es schnell oder langsam? Schnell. Schnell. Du sagst schnell. Guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Tag 9, 5. Teil. Ben und Lina finden nicht die beste Pizza. Sie finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell. Guten Appetit. Tag 9, 6. Teil Ben und Lina haben die beste Currywurst von Berlin gefunden. Lina hatte viel Hunger. Und Ben hat schnell guten Appetit gesagt. Und Lina konnte ihre Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 9, 1. Teil Neuer Tag, neues Glück Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und ich sage schnell guten Appetit. Tag 9, 1. Teil Neuer Tag, neues Glück Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und ich sage schnell guten Appetit. Tag 9, 1. Teil Neuer Tag, neues Glück Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und ich sage schnell guten Appetit. Tag 9, 1. Teil Tag 9, 1. Teil Tag 9, 1. Teil Tag 9, 1. Teil Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und ich sage schnell guten Appetit. Tag 9, 1. Teil Tag 9, 1. Teil Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und ich sage schnell guten Appetit. Tag 9, 1. Teil Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und ich sage schnell guten Appetit. Tag 9, 1. Teil Neuer Tag, neues Glück Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, 1. Teil Tag 9, 1. Teil Tag 9, 1. Teil Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, 1. Teil Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und ich sage schnell guten Appetit. Tag 9, 1. Teil Neuer Tag, neues Glück Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und ich sage schnell guten Appetit. Tag 9, 1. Teil Neuer Tag, neues Glück Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und ich sage schnell guten Appetit. Tag 9, 2. Teil Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, die beste. Sie ist die beste Currywurst. Die beste Currywurst von wo? Von Berlin. Sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, 2. Teil Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, 2. Teil Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, die beste. Sie ist die beste Currywurst. Die beste Currywurst von wo? Von Berlin. Sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, 2. Teil Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Dann finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, die beste. Sie ist die beste Currywurst. Die beste Currywurst von wo? Von Berlin. Sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, zweiter Teil. Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, die beste. Sie ist die beste Currywurst. Die beste Currywurst von wo? Von Berlin. Sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, zweiter Teil. Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, die beste. Sie ist die beste Currywurst. Die beste Currywurst von wo? Von Berlin. Sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, zweiter Teil. Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, sie ist die beste Currywurst von Berlin. Sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, zweiter Teil. Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, die beste. Sie ist die beste Currywurst. Die beste Currywurst von wo? Von Berlin. Sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, zweiter Teil. Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, die beste. Sie ist die beste Currywurst. Die beste Currywurst von wo? Von Berlin. Sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, zweiter Teil. Wir finden die beste Currywurst von Berlin. Finden wir die beste Pizza? Nein, nicht die beste Pizza. Ihr findet die beste Currywurst. Ist die Currywurst gut? Ja, die beste. Sie ist die beste Currywurst. Die beste Currywurst von wo? Von Berlin. Sie ist die beste Currywurst von Berlin. Was finden wir? Ihr findet die beste Currywurst von Berlin. Tag 9, dritter Teil. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Was kann Lina essen? Ihre Currywurst. Sie kann ihre Currywurst essen. Muss Lina die Currywurst essen? Nein, sie muss nicht, aber sie kann. Sie kann die Currywurst essen. Wer kann die Currywurst essen? Lina kann eine Currywurst essen. Und was kann ich essen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Currywurst? Tag 9, dritter Teil. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Was kann Lina essen? Ihre Currywurst. Sie kann ihre Currywurst essen. Muss Lina die Currywurst essen? Nein, sie muss nicht, aber sie kann. Sie kann die Currywurst essen. Wer kann die Currywurst essen? Lina. Lina kann eine Currywurst essen. Und was kann ich essen? Tag 9, dritter Teil. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Was kann Lina essen? Ihre Currywurst. Sie kann ihre Currywurst essen. Muss Lina die Currywurst essen? Nein, sie muss nicht, aber sie kann. Sie kann die Currywurst essen. Wer kann die Currywurst essen? Lina. Lina kann eine Currywurst essen. Und was kann ich essen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Currywurst? Tag 9, dritter Teil. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Was kann Lina essen? Ihre Currywurst. Sie kann ihre Currywurst essen. Muss Lina die Currywurst essen? Nein, sie muss nicht, aber sie kann. Sie kann die Currywurst essen. Wer kann die Currywurst essen? Lina. Lina kann eine Currywurst essen. Und was kann ich essen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Currywurst? Tag 9, dritter Teil. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Was kann Lina essen? Ihre Currywurst. Sie kann ihre Currywurst essen. Muss Lina die Currywurst essen? Nein, sie muss nicht, aber sie kann. Sie kann die Currywurst essen. Wer kann die Currywurst essen? Lina. Lina kann eine Currywurst essen. Und was kann die Currywurst essen? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Lina kann eine Currywurst essen. Lina kann eine Currywurst essen. Lina kann eine Currywurst essen. Und Lina kann eine Currywurst essen. Lina kann eine Currywurst essen. Lina kann eine Currywurst essen. Und Lina kann eine Currywurst essen. Nein, sie muss nicht, aber sie kann. Sie kann die Currywurst essen. Wer kann die Currywurst essen? Lina. Lina kann eine Currywurst essen. Und was kann ich essen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Currywurst? Tag 9, dritter Teil. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Was kann Lina essen? Ihre Currywurst. Sie kann ihre Currywurst essen. Muss Lina die Currywurst essen? Nein, sie muss nicht, aber sie kann. Sie kann die Currywurst essen. Wer kann die Currywurst essen? Lina. Lina kann eine Currywurst essen. Und was kann ich essen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Currywurst? Tag 9, dritter Teil. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Was kann Lina essen? Ihre Currywurst. Sie kann ihre Currywurst essen. Muss Lina die Currywurst essen? Nein, sie muss nicht, aber sie kann. Sie kann die Currywurst essen. Wer kann die Currywurst essen? Lina. Lina kann eine Currywurst essen. Und was kann ich essen? Tag 9, vierter Teil. Und ich sage schnell Guten Appetit. Sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst Guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst Guten Appetit. Sage ich es schnell oder langsam? Schnell. Du sagst Schnell, guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Tag 9, vierter Teil. Und ich sage schnell Guten Appetit. Sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst Du sagst Guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst Guten Appetit. Sage ich es schnell oder langsam? Schnell. Du sagst Schnell, guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Tag 9, vierter Teil. Und ich sage schnell Guten Appetit. Sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst Guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst Guten Appetit. Sage ich es schnell oder langsam? Schnell. Du sagst Schnell, guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Tag 9, vierter Teil. Und ich sage schnell Guten Appetit. Sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst Du sagst Guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst Guten Appetit. Sage ich es schnell oder langsam? Schnell. Du sagst Schnell, guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Tag 9, vierter Teil. Und ich sage schnell Guten Appetit. Sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst Guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst Guten Appetit. Sage ich es schnell oder langsam? Schnell. Du sagst Schnell, guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Tag 9, vierter Teil. Und ich sage schnell Guten Appetit. Sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst Guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst Schnell, guten Appetit. Sage ich es schnell oder langsam? Schnell. Du sagst Schnell, guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Tag 9, vierter Teil. Tag 9, vierter Teil. Und ich sage schnell Guten Appetit. Sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst Guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst Guten Appetit. Sage ich es schnell oder langsam? Schnell. Du sagst Schnell, guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Tag 9, vierter Teil. Und ich sage schnell Guten Appetit. Sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst Guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst Guten Appetit. Sage ich es schnell oder langsam? Schnell. Du sagst Schnell, guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Tag 9, vierter Teil. Und ich sage schnell Guten Appetit. Sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst Guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst Guten Appetit. Und ich sage schnell Guten Appetit. Sage ich es schnell oder langsam? Schnell. Du sagst Schnell, guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Tag 9, vierter Teil. Tag 9, vierter Teil. Und ich sage schnell Guten Appetit. Und sage ich Prost? Nein, nicht Prost. Du sagst Guten Appetit. Was sage ich? Guten Appetit. Du sagst Guten Appetit. Sag ich es schnell oder langsam? Schnell. Du sagst Schnell, guten Appetit. Und Lina? Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell Guten Appetit. Tag 9, fünfter Teil. Ben und Lina finden nicht die beste Pizza. Sie finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell Guten Appetit. Tag 9, fünfter Teil. Ben und Lina finden nicht die beste Pizza. Sie finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell Guten Appetit. Tag 9, fünfter Teil. Ben und Lina finden nicht die beste Pizza. Sie finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell Guten Appetit. Tag 9, fünfter Teil. Ben und Lina finden nicht die beste Pizza. Sie finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell Guten Appetit. Tag 9, fünfter Teil. Ben und Lina finden nicht die beste Pizza. Sie finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell Guten Appetit. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell Guten Appetit. Tag 9, fünfter Teil. Tag 9, fünfter Teil. Ben und Lina finden nicht die beste Pizza. Sie finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell Guten Appetit. Tag 9, fünfter Teil. Tag 9, fünfter Teil. Ben und Lina finden nicht die beste Pizza. Sie finden die beste Currywurst von Berlin. Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell Guten Appetit. Tag 9, fünfter Teil. Ben und Lina finden nicht die beste Pizza. Sie finden die beste Currywurst von Berlin. Und Lina kann ihre Currywurst essen. Und Ben sagt nicht langsam, sondern schnell Guten Appetit. Tag 9, fünfter Teil. Ben und Lina haben die beste Currywurst von Berlin gefunden. Lina hatte viel Hunger. Und Ben hat schnell Guten Appetit gesagt. Und Lina konnte ihre Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 9, sechster Teil. Ben und Lina haben die beste Currywurst von Berlin gefunden. Lina hatte viel Hunger. Und Ben hat schnell Guten Appetit gesagt. Und Lina konnte ihre Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 9, sechster Teil. Ben und Lina haben die beste Currywurst von Berlin gefunden. Lina hatte viel Hunger. Und Ben hat schnell Guten Appetit gesagt. Und Lina konnte ihre Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 9, sechster Teil. Tag 10, sechster Teil. Tag 9, sechster Teil. Ben und Lina haben die beste Currywurst von Berlin gefunden. Lina hatte viel Hunger. Und Ben hat schnell Guten Appetit gesagt. Tag 9, sechster Teil. Tag 9, sechster Teil. Ben und Lina haben die beste Currywurst von Berlin gefunden. Lina hatte viel Hunger. Und Ben hat schnell Guten Appetit gesagt. Und Lina konnte ihre Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 9, sechster Teil. Tag 9, sechster Teil. Ben und Lina haben die beste Currywurst von Berlin gefunden. Lina hatte viel Hunger. Und Ben hat schnell Guten Appetit gesagt. Tag 9, sechster Teil. Tag 9, sechster Teil. Ben und Lina haben die beste Currywurst von Berlin gefunden. Lina hatte viel Hunger. Und Ben hat schnell Guten Appetit gesagt. Und Lina konnte ihre Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 9, sechster Teil. Tag 10, sechster Teil. Tag 9, sechster Teil. Ben und Lina haben die beste Currywurst von Berlin gefunden. Lina hatte viel Hunger. Und Ben hat schnell Guten Appetit gesagt. Und Lina konnte ihre Currywurst essen. Tschüss und wir sehen uns morgen. Tag 10, erster Teil. Deutsch ist wunderschön. Ich verstehe schon viele Sätze. Aber die Leute sprechen sehr schnell. Ich muss mehr Deutsch hören. Tag 10, zweiter Teil. Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehe ich? Viele Sätze. Du verstehst schon viele Sätze. Verstehst du oder verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, dritter Teil. Aber die Leute sprechen sehr schnell. Spreche ich sehr schnell? Nein, du sprichst nicht sehr schnell. Und wer spricht sehr schnell? Die Leute. Die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? Schnell. Die Leute sprechen schnell. Ein bisschen oder sehr schnell? Nicht ein bisschen. Sie sprechen sehr schnell. Tag 10, vierter Teil. Ich muss mehr Deutsch hören. Muss ich mehr Deutsch lesen? Nein, du musst nicht mehr Deutsch lesen. Muss ich mehr Deutsch hören? Ja, du musst mehr Deutsch hören. Schreiben, Lesen oder Hören? Hören Du musst mehr Deutsch hören. Tag 10, fünfter Teil Ben spricht noch nicht viel, aber er versteht schon viele Sätze. Leider sprechen die Leute sehr schnell. Darum muss er mehr Deutsch hören. Tag 10, sechster Teil Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Darum musste er mehr Deutsch hören. Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Tag 10, erster Teil Deutsch ist wunderschön. Ich verstehe schon viele Sätze, aber die Leute sprechen sehr schnell. Ich muss mehr Deutsch hören. Ich verstehe schon viele Sätze, aber die Leute sprechen sehr schnell. Ich muss mehr Deutsch hören. Tag 10, erster Teil Deutsch ist wunderschön. Ich verstehe schon viele Sätze, aber die Leute sprechen sehr schnell. Tag 10, erster Teil Ich muss mehr Deutsch hören. Ich muss mehr Deutsch hören. Ich muss mehr Deutsch hören. Tag 10, erster Teil Deutsch ist wunderschön. Ich muss mehr Deutsch hören. Tag 10, erster Teil Deutsch ist wunderschön. Ich muss mehr Deutsch hören. Tag 10, erster Teil Ich verstehe schon viele Sätze, aber die Leute sprechen sehr schnell. Ich muss mehr Deutsch hören. Tag 10, erster Teil Ich verstehe schon viele Sätze, aber die Leute sprechen sehr schnell. Ich muss mehr Deutsch hören. Tag 10, erster Teil Deutsch ist wunderschön. Ich verstehe schon viele Sätze, aber die Leute sprechen sehr schnell. Ich muss mehr Deutsch hören. Tag 10, erster Teil Tag 10, erster Teil Deutsch ist wunderschön. Ich verstehe schon viele Sätze, aber die Leute sprechen sehr schnell. Tag 10, erster Teil Ich muss mehr Deutsch hören. Tag 10, erster Teil Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehe ich? Viele Sätze. Du verstehst schon viele Sätze. Verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, zweiter Teil. Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehe ich? Viele Sätze. Du verstehst schon viele Sätze. Verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, zweiter Teil. Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehe ich? Viele Sätze. Du verstehst schon viele Sätze. Verstehst du oder verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, zweiter Teil. Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehe ich? Viele Sätze. Du verstehst schon viele Sätze. Verstehst du oder verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, zweiter Teil. Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehe ich? Viele Sätze. Du verstehst schon viele Sätze. Verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, zweiter Teil. Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehst du oder verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, zweiter Teil. Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehe ich? Was verstehst du oder verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, zweiter Teil. Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehe ich? Viele Sätze. Du verstehst schon viele Sätze. Verstehst du oder verstehst du oder verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, zweiter Teil. Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehe ich? Viele Sätze. Du verstehst schon viele Sätze. Verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, zweiter Teil. Ich verstehe schon viele Sätze. Spreche ich schon viel? Nein, du sprichst nicht viel. Verstehe ich schon viel? Ja, du verstehst schon viel. Was verstehe ich? Viele Sätze. Du verstehst schon viele Sätze. Verstehst du oder verstehe ich viele Sätze? Du. Du verstehst viele Sätze. Tag 10, dritter Teil. Aber die Leute sprechen sehr schnell. Spreche ich sehr schnell? Nein, du sprichst nicht sehr schnell. Und wer spricht sehr schnell? Die Leute. Die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? Schnell. Die Leute sprechen schnell. Ein bisschen oder sehr schnell. Ein bisschen oder sehr schnell? Nicht ein bisschen. Sie sprechen sehr schnell. Tag 10, dritter Teil. Aber die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? Spreche ich sehr schnell? Nein, du sprichst nicht sehr schnell. Spreche ich sehr schnell? Tag 10, dritter Teil. Aber die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? Schnell. Die Leute sprechen schnell. Ein bisschen oder sehr schnell? Nicht ein bisschen. Sie sprechen sehr schnell. Tag 10, dritter Teil. Aber die Leute sprechen sehr schnell. Spreche ich sehr schnell? Nein, du sprichst nicht sehr schnell. und wer spricht sehr schnell? Die Leute. Die Leute. Die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? Schnell! Die Leute sprechen schnell. Ein bisschen oder sehr schnell? Nicht ein bisschen. Sie sprechen sehr schnell. Tag 10, dritter Teil Aber die Leute sprechen sehr schnell. Spreche ich sehr schnell? Nein, du sprichst nicht sehr schnell. Und wer spricht sehr schnell? Die Leute. Die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? Schnell. Die Leute sprechen schnell. Ein bisschen oder sehr schnell? Nicht ein bisschen. Sie sprechen sehr schnell. Tag 10, dritter Teil Aber die Leute sprechen sehr schnell. Spreche ich sehr schnell? Nein, du sprichst nicht sehr schnell. Und wer spricht sehr schnell? Die Leute. Die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? Schnell. Die Leute sprechen schnell. Ein bisschen oder sehr schnell? Nicht ein bisschen. Sie sprechen sehr schnell. Tag 10, dritter Teil Aber die Leute sprechen sehr schnell. Spreche ich sehr schnell? Nein, du sprichst nicht sehr schnell. Und wer spricht sehr schnell? Die Leute. Die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? Schnell. Die Leute sprechen schnell. Ein bisschen oder sehr schnell? Nicht ein bisschen. Sie sprechen sehr schnell. Tag 10, dritter Teil. Aber die Leute sprechen sehr schnell. Spreche ich sehr schnell? Nein, du sprichst nicht sehr schnell. Und wer spricht sehr schnell? Die Leute. Die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? Schnell. Die Leute sprechen schnell. Ein bisschen oder sehr schnell? Nicht ein bisschen. Sie sprechen sehr schnell. Tag 10, dritter Teil. Aber die Leute sprechen sehr schnell. Spreche ich sehr schnell? Nein, du sprichst nicht sehr schnell. Und wer spricht sehr schnell? Die Leute. Die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? Schnell. Die Leute sprechen schnell. Ein bisschen oder sehr schnell. Nicht ein bisschen. Sie sprechen sehr schnell. Tag 10, dritter Teil. Aber die Leute sprechen sehr schnell. Sprechen die Leute schnell oder langsam? schnell. Schnell. Die Leute sprechen schnell. Ein bisschen oder sehr schnell? Nicht ein bisschen. Sie sprechen sehr schnell. Tag 10, vierter Teil. Ich muss mehr Deutsch hören. Muss ich mehr Deutsch schreiben? Nein, du musst nicht mehr Deutsch schreiben. Muss ich mehr Deutsch lesen? Nein, du musst nicht mehr Deutsch lesen. Ja, du musst mehr Deutsch hören. Ja, du musst mehr Deutsch hören. Schreiben, lesen oder hören? Hören. Du musst mehr Deutsch hören. Tag 10, vierter Teil. Tag 11, vierter Teil. Schreiben, du musst mehr Deutsch hören. Schreiben, lesen oder hören? Hören. Du musst mehr Deutsch hören. Hören. Du musst mehr Deutsch hören. Tag 10, vierter Teil. schreiben. Muss ich mehr Deutsch lesen? Nein, du musst nicht mehr Deutsch lesen. Muss ich mehr Deutsch hören? Ja, du musst mehr Deutsch hören. Schreiben, lesen oder hören? Hören. Du musst mehr Deutsch hören. Tag 10, vierter Teil. Ich muss mehr Deutsch hören. Muss ich mehr Deutsch schreiben? Nein, du musst nicht mehr Deutsch schreiben. Muss ich mehr Deutsch lesen? Nein, du musst nicht mehr Deutsch lesen. Muss ich mehr Deutsch hören? Ja, du musst mehr Deutsch hören. Schreiben, lesen oder hören? Hören. Du musst mehr Deutsch Deutsch hören. Tag 10, vierter Teil. Ich muss mehr Deutsch hören. Muss ich mehr Deutsch schreiben? Nein, du musst nicht mehr Deutsch schreiben. Muss ich mehr Deutsch lesen? Nein, du musst nicht mehr Deutsch lesen. Muss ich mehr Deutsch hören? Muss ich mehr Deutsch hören? Ja, du musst mehr Deutsch hören. Schreiben, lesen oder hören? Hören. Du musst mehr Deutsch hören. Tag 10, vierter Teil. Du musst mehr Deutsch hören. Danach Ja, du musst mehr Deutsch hören. Schreiben, lesen oder hören? Hören. Du musst mehr Deutsch hören. Tag 10, vierter Teil. Ich muss mehr Deutsch hören. Muss ich mehr Deutsch schreiben? Nein, du musst nicht mehr Deutsch schreiben. Muss ich mehr Deutsch lesen? Nein, du musst nicht mehr Deutsch lesen. Muss ich mehr Deutsch hören? Ja, du musst mehr Deutsch hören. Schreiben, lesen oder hören? Hören. Du musst mehr Deutsch hören. Tag 10, vierter Teil. Ich muss mehr Deutsch hören. Muss ich mehr Deutsch schreiben? Nein, du musst nicht mehr Deutsch schreiben. Ich muss nicht mehr Deutsch lesen. Nein, du musst nicht mehr Deutsch lesen. Ich muss nicht mehr Deutsch hören. Ja, du musst nicht mehr Deutsch hören. nicht mehr Deutsch lesen. Ich muss nicht mehr Deutsch lesen. Ich muss nicht mehr Deutsch hören. Ich muss nicht mehr Deutsch lernen. Nein, du musst nicht mehr Deutsch schreiben. Muss ich mehr Deutsch lesen? Nein, du musst nicht mehr Deutsch lesen. Muss ich mehr Deutsch hören? Ja, du musst mehr Deutsch hören. Schreiben, lesen oder hören? Hören. Du musst mehr Deutsch hören. Tag 10, fünfter Teil Ben spricht noch nicht viel, aber er versteht schon viele Sätze. Leider sprechen die Leute sehr schnell. Darum muss er mehr Deutsch hören. Tag 10, fünfter Teil Ben spricht noch nicht viel, aber er versteht schon viele Sätze. Leider sprechen die Leute sehr schnell. Leider sprechen die Leute sehr schnell. Tag 10, fünfter Teil Ben spricht noch nicht viel, aber er versteht schon viele Sätze. Tag 10, fünfter Teil Ben spricht noch nicht viel, aber er versteht schon viele Sätze. Tag 10, fünfter Teil Ben spricht noch nicht viel, aber er versteht schon viele Sätze. Tag 10, fünfter Teil Tag 10, fünfter Teil Ben spricht noch nicht viel, aber er versteht schon viele Sätze. Tag 10, fünfter Teil Ben spricht noch nicht viel, aber er versteht schon viele Sätze. Tag 10, fünfter Teil Ben spricht noch nicht viel, aber er versteht schon viele Sätze. Tag 10, fünfter Teil Ben spricht noch nicht viel, aber er versteht schon viele Sätze. Tage 10, fünfter Teil muss er mehr Deutsch hören. Tag 10, fünfter Teil Tag 10, sechster Teil Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Tag 10, fünfter Teil Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. soit, Alex Servicius Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Tag 10, sechster Teil. Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Darum musste er mehr Deutsch hören. Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Tag 10, sechster Teil. Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Darum musste er mehr Deutsch hören. Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Tag 10, sechster Teil. Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Darum musste er mehr Deutsch hören. Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Tag 10, sechster Teil. Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Darum musste er mehr Deutsch hören. Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Tag 10, sechster Teil. Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Darum musste er mehr Deutsch hören. Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Tag 10, sechster Teil. Tag 10, sechster Teil. Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Darum musste er mehr Deutsch hören. Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Tag 10, sechster Teil. Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Und Lina hatte das gleiche Problem. Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Tag 10, sechster Teil. Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Darum musste er mehr Deutsch hören. Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Tag 10, sechster Teil. Ben hat noch nicht viel gesprochen, aber er hat schon viele Sätze verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Darum musste er mehr Deutsch hören. Und Lina hatte das gleiche Problem. Das war Tag 10. Und morgen geht's weiter. Ich lerne Deutsch. Heute ist der Geburtstag von Lina. Heute ist nicht der Geburtstag von mir. Sie wird 23. Viele Sätze. Leider sprechen die Leute sehr schnell. Darum muss ich mehr Deutsch hören. Gestern war der Geburtstag von Lina. Und gestern war nicht der Geburtstag von mir. Sie ist nicht mehr Deutsch verstanden. Leider haben die Leute sehr schnell gesprochen. Darum musste ich mehr Deutsch hören. Tag 11, erster Teil. Ein großes Hallo an alle. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Wir treffen auch viele Spanier. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, zweiter Teil. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute in Berlin sind nett. Sind die Leute nett? Ja, die Leute sind nett. Sind die Leute unfreundlich? Nein, sie sind freundlich und nett. Wer ist nett? Die Leute in Berlin sind nett. Sind sie nur ein bisschen nett? Nein, sie sind sehr, sehr nett. Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ihr trefft viele Spanier. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Erzählen wir ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Wer erzählt uns viel? Die Spanier. Die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, fünfter Teil. Die Leute in Berlin sind nicht unfreundlich, sie sind sehr, sehr nett. Ben und Lina treffen auch viele Spanier. Die Spanier erzählen ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, sechster Teil. Die Leute in Berlin waren sehr, sehr nett. Ben und Lina haben keine Amerikaner getroffen. Sie haben viele Spanier getroffen. Die Spanier haben ihnen viel über das Leben in Deutschland erzählt. Tschüss und bis morgen. Tag 11, erster Teil. Ein großes Hallo an alle. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Wir treffen auch viele Spanier. Tag 11, erster Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, erster Teil. Ein großes Hallo an alle. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Tag 11, erster Teil. 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 an alle. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Wir treffen auch viele Spanier. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, erster Teil. Ein großes Hallo an alle. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Wir treffen auch viele Spanier. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, erster Teil. Ein großes Hallo an alle. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Wir treffen auch viele Spanier. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, erster Teil. Ein großes Hallo an alle. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Wir treffen auch viele Spanier. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, erster Teil. Ein großes Hallo an alle. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Wir treffen auch viele Spanier. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, erster Teil. Ein großes Hallo an alle. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Tag 11, erster Teil. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Tag 11, erster Teil. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute nett? Ja, die Leute sind nett. Sind die Leute unfreundlich? Nein, sie sind freundlich und nett. Wer ist nett? Die Leute in Berlin. Die Leute in Berlin sind nett. Sind sie nur ein bisschen nett? Nein, sie sind sehr, sehr nett. Tag 11, erster Teil. Die Leute sind sehr, sehr nett. Tag 11, erster Teil. Tag 11, erster Teil. Tag 11, erster Teil. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute nett? Ja, die Leute sind nett. Sind die Leute unfreundlich? Nein, sie sind freundlich und nett. Wer ist nett? Die Leute in Berlin. Die Leute in Berlin sind nett. Sind sie nur ein bisschen nett? Nein, sie sind sehr, sehr nett. Tag 11, zweiter Teil. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute nett? Ja, die Leute sind nett. Sind die Leute unfreundlich? Nein, sie sind freundlich und nett. Wer ist nett? Die Leute in Berlin. Die Leute in Berlin sind nett. Sind sie nur ein bisschen nett? Nein, sie sind sehr, sehr nett. Tag 11, zweiter Teil. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute nett? Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Ja, die Leute sind sehr, sehr nett. Sind die Leute unfreundlich? Sind die Leute unfreundlich? Nein, sie sind freundlich und nett. Wer ist nett? Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Die Leute in Berlin sind nett. Sind sie nur ein bisschen nett? Nein, sie sind sehr, sehr nett. Tag 11, zweiter Teil. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Ja, die Leute sind nett. Sind die Leute unfreundlich? Nein, sie sind freundlich und nett. Wer ist nett? Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind sie nur ein bisschen nett? Nein, sie sind sehr, sehr nett. Tag 11, zweiter Teil. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute nett? Ja, sie sind sehr, sehr nett. Ja, sie sind sehr, sehr nett. Sind die Leute unfreundlich? Sind die Leute unfreundlich? Nein, sie sind freundlich und nett. Wer ist nett? Die Leute in Berlin. Die Leute in Berlin sind nett. Sind sie nur ein bisschen nett? Nein, sie sind sehr, sehr nett. Tag 11, zweiter Teil. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute nett? Ja, die Leute sind nett. Sind die Leute unfreundlich? Sind die Leute unfreundlich? Nein, sie sind freundlich und nett. Wer ist nett? 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 Tag 11, zweiter Teil. Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute nett? Sind die Leute nett? Sind die Leute nett? Sind die Leute nett? Sind die Leute unfreundlich? 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 Sind sie nur ein bisschen nett? Nein, sie sind sehr, sehr nett. Tag 11, zweiter Teil Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute nett? Ja, die Leute sind nett. Sind die Leute unfreundlich? Nein, sie sind freundlich und nett. Wer ist nett? Die Leute in Berlin. Die Leute in Berlin sind nett. Sind sie nur ein bisschen nett? Nein, sie sind sehr, sehr nett. Tag 11, zweiter Teil Die Leute in Berlin sind sehr, sehr nett. Sind die Leute nett? Ja, die Leute sind nett. Sind die Leute unfreundlich? Nein, sie sind freundlich und nett. Wer ist nett? Die Leute in Berlin. Die Leute in Berlin sind nett. Sind sie nur ein bisschen nett? Nein, sie sind sehr, sehr nett. Tag 11, dritter Teil Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele Spanier oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ihr trefft viele Spanier. Gibt es viele Spanier in Berlin? Ja, es gibt viele Spanier in Berlin. Wer trifft viele Spanier? Ihr trefft viele Spanier. Tag 11, dritter Teil Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ihr trefft viele Spanier. Gibt es viele Spanier in Berlin? Ja, es gibt viele Spanier in Berlin. Wer trifft viele Spanier? Ihr. Ihr trefft viele Spanier. Tag 11, dritter Teil Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ihr trefft viele Spanier. Gibt es viele Spanier in Berlin? Ja, es gibt viele Spanier in Berlin. Wer trifft viele Spanier? Ihr. Ihr trefft viele Spanier. Tag 11, dritter Teil Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ihr trefft viele Spanier. Ja, es gibt viele Spanier in Berlin. Wer trifft viele Spanier? Ihr. Ihr trefft viele Spanier. Tag 11, dritter Teil Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ihr trefft viele Spanier. Gibt es viele Spanier in Berlin? Ja, es gibt viele Spanier in Berlin. Wer trifft viele Spanier? Ihr. Ihr trefft viele Spanier. Tag 11, dritter Teil Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ja, ihr trefft viele Spanier. Gibt es viele Spanier in Berlin? Ja, es gibt viele Spanier in Berlin. Wer trifft viele Spanier? Ihr. Ihr trefft viele Spanier. Tag 11, dritter Teil Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ihr trefft viele Spanier. Ja, es gibt viele Spanier in Berlin. Wer trifft viele Spanier? Ihr. Ihr trefft viele Spanier. Tag 11, dritter Teil Tag 11, dritter Teil Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ihr trefft viele Spanier. Gibt es viele Spanier in Berlin? Ja, es gibt viele Spanier in Berlin. Wer trifft viele Spanier? Ihr. Ihr trefft viele Spanier. Tag 11, dritter Teil Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ihr trefft viele Spanier. Gibt es viele Spanier in Berlin? Ja, es gibt viele Spanier in Berlin. Wer trifft viele Spanier? Ihr. Ihr trefft viele Spanier. Tag 11, dritter Teil Tag 11, dritter Teil. Wir treffen auch viele Spanier. Treffen wir viele Amerikaner? Nein, keine Amerikaner. Ihr trefft viele Spanier. Treffen wir viele oder wenige Spanier? Viele Spanier. Ihr trefft viele Spanier. Gibt es viele Spanier in Berlin? Ja, es gibt viele Spanier in Berlin. Wer trifft viele Spanier? Ihr. Ihr trefft viele Spanier. Tag 11, vierter Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Erzählen wir Ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Wer erzählt uns viel? Die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, vierter Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Erzählen wir Ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Wer erzählt uns viel? Die Spanier. Die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, vierter Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Erzählen wir Ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Wer erzählt uns viel? Die Spanier. Ja, die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, vierter Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Erzählen wir Ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Wer erzählt uns viel? Die Spanier. Die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, vierter Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Erzählen wir Ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Wer erzählt uns viel? Die Spanier. Die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, vierter Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Erzählen wir Ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Wer erzählt uns viel? Die Spanier. Die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, vierter Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Was erzählen wir Ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Die Spanier. Die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, vierter Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Erzählen wir Ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Wer erzählt uns viel? Die Spanier. Die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, vierter Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Erzählen wir Ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Wer erzählt uns viel? Die Spanier. Die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, vierter Teil. Und sie erzählen uns viel über das Leben in Deutschland. Erzählen wir Ihnen oder erzählen sie uns etwas? Sie erzählen euch etwas. Was erzählen sie uns? Viel über das Leben. Sie erzählen euch viel über das Leben. Das Leben in Spanien? Nein, nicht das Leben in Spanien. Sie erzählen euch viel über das Leben in Deutschland. Wer erzählt uns viel? Die Spanier erzählen euch viel. Tag 11, fünfter Teil. Die Leute in Berlin sind nicht unfreundlich. Sie sind sehr, sehr nett. Ben und Lina treffen auch viele Spanier. Die Spanier erzählen ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, fünfter Teil. Tag 11, fünfter Teil. Die Spanier erzählen ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, fünfter Teil. Die Leute in Berlin sind nicht unfreundlich. Sie sind sehr, sehr nett. Ben und Lina treffen auch viele Spanier. Die Spanier erzählen ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, fünfter Teil. Die Leute in Berlin sind nicht unfreundlich. Sie sind sehr, sehr nett. Ben und Lina treffen auch viele Spanier. Die Spanier erzählen ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, fünfter Teil. Tag 11, fünfter Teil. Die Leute in Berlin sind nicht unfreundlich. Sie sind sehr, sehr nett. Ben und Lina treffen auch viele Spanier. Die Spanier erzählen Ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, fünfter Teil Die Leute in Berlin sind nicht unfreundlich. Sie sind sehr, sehr nett. Ben und Lina treffen auch viele Spanier. Die Spanier erzählen Ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, fünfter Teil Die Leute in Berlin sind nicht unfreundlich. Sie sind sehr, sehr nett. Ben und Lina treffen auch viele Spanier. Die Spanier erzählen Ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, fünfter Teil Die Leute in Berlin sind nicht unfreundlich. Sie sind sehr, sehr nett. Ben und Lina treffen auch viele Spanier. Die Spanier erzählen Ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, fünfter Teil Die Leute in Berlin sind nicht unfreundlich. Sie sind sehr, sehr nett. Ben und Lina treffen auch viele Spanier. Die Spanier erzählen Ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, fünfter Teil Die Spanier erzählen Ihnen viel über das Leben in Deutschland. Tag 11, fünfter Teil Tag 11, fünfter Teil Die Leute in Berlin waren sehr, sehr nett. Tag 11, fünfter Teil Ben und Lina haben keine Amerikaner getroffen. Tag 11, fünfter Teil Sie haben viele Spanier getroffen. Tag 11, fünfter Teil Die Spanier haben Ihnen viel über das Leben in Deutschland erzählt. Tag 11, fünfter Teil Tag 11, fünfter Teil Tag 11, fünfter Teil Die Leute in Berlin waren sehr, sehr nett. Tag 11, fünfter Teil Ben und Lina haben keine Amerikaner getroffen. Tag 11, fünfter Teil Sie haben viele Spanier getroffen. Tag 11, fünfter Teil Die Spanier haben Ihnen viel über das Leben in Deutschland erzählt. Tag 11, fünfter Teil 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 Sie haben viele Spanier getroffen. Die Spanier haben ihnen viel über das Leben in Deutschland erzählt. Tschüss und bis morgen! Tag 11, sechster Teil Die Leute in Berlin waren sehr, sehr nett. Ben und Lina haben keine Amerikaner getroffen. Sie haben viele Spanier getroffen. Die Spanier haben ihnen viel über das Leben in Deutschland erzählt. Tschüss und bis morgen! Tag 11, sechster Teil Die Leute in Berlin waren sehr, sehr nett. Ben und Lina haben keine Amerikaner getroffen. Sie haben viele Spanier getroffen. Die Spanier haben ihnen viel über das Leben in Deutschland erzählt. Tschüss und bis morgen! Tag 11, sechster Teil Die Leute in Berlin waren sehr, sehr nett. Ben und Lina haben keine Amerikaner getroffen. Sie haben viele Spanier getroffen. Die Spanier haben ihnen viel über das Leben in Deutschland erzählt. Tschüss und bis morgen! Tag 11, sechster Teil Tag 11, sechster Teil Tag 11, sechster Teil Die Leute in Berlin waren sehr, sehr nett. Ben und Lina haben keine Amerikaner getroffen. Sie haben viele Spanier getroffen. Die Spanier haben ihnen viel über das Leben in Deutschland erzählt. Tag 11, sechster Teil 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 Die Leute in Berlin waren sehr, sehr nett. Ben und Lina haben keine Amerikaner getroffen. Sie haben viele Spanier getroffen. Die Spanier haben ihnen viel über das Leben in Deutschland erzählt. Tschüss und bis morgen! Tag 12, erster Teil Hallo und guten Tag! Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören wir Deutsch und nachmittags lesen wir. Tag 12, zweiter Teil Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Sind wir sicher? Ja, ihr seid sicher. Warum sind wir sicher? Dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Ihr seid sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Kommst du wieder nach Deutschland? Nein, nicht ich. Ihr kommt wieder nach Deutschland. Wohin kommen wir wieder? Nach Deutschland. Ihr seid sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Tag 12, dritter Teil Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Essen wir den ganzen Tag? Nein, ihr esst nicht. Ihr lernt den ganzen Tag. Was machen wir den ganzen Tag? Und was lernen wir den ganzen Tag? Und was lernen wir den ganzen Tag? Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Du und Lina. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, vierter Teil Morgens hören wir Deutsch Und nachmittags lesen wir Wann hören wir Deutsch? Morgens Ihr hört morgens Deutsch Und wann lesen wir? Nachmittags Nachmittags lest ihr Tag 12, fünfter Teil Was für eine Reise? Lina und Ben Lina und Ben Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören sie Deutsch Und nachmittags lesen sie Tag 12, sechster Teil Lina und Ben Lina und Ben Lina und Ben hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Danach haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Morgens haben sie den ganzen Tag 11, sechster Teil Und nachmittags haben sie gelesen. Tschüss und morgen geht's mit Tag 13 weiter. Tag 12, erster Teil Hallo Hallo und guten Tag Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören wir Deutsch und nachmittags lesen wir. Tag 12, erster Teil Hallo und guten Tag Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch Morgens hören wir Deutsch und nachmittags lesen wir Tag 12, erster Teil Hallo und guten Tag Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch Morgens hören wir Deutsch und nachmittags lesen wir Tag 12, erster Teil Hallo und guten Tag Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch Morgens hören wir Deutsch und nachmittags lesen wir Tag 12, erster Teil Tag 12, erster Teil Hallo und guten Tag Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch Morgens hören wir Deutsch und nachmittags lesen wir Tag 12, erster Teil Hallo und guten Tag Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch Morgens hören wir Deutsch und nachmittags lesen wir Tag 12, erster Teil Tag 12, erster Teil Tag 12, erster Teil Hallo und guten Tag Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören wir Deutsch und nachmittags lesen wir. Tag 12, zweiter Teil Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Sind wir sicher? Ja. Ihr seid sicher. Warum sind wir sicher? Dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Ihr seid sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Kommst du wieder nach Deutschland? Nein, nicht ich. Wohin kommen wir wieder? Tag 12, zweiter Teil. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Wir sind sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Kommst du wieder nach Deutschland? Tag 12, zweiter Teil. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Wir sind sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Tag 12, zweiter Teil. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Tag 12, zweiter Teil. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Tag 12, zweiter Teil. Tag 12, zweiter Teil. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Sind wir sicher? Ja, ihr seid sicher. Warum sind wir sicher? Dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Ihr seid sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Kommst du wieder nach Deutschland? Nein, nicht ich. Ihr kommt wieder nach Deutschland. Wohin kommen wir wieder? Nach Deutschland. Ihr seid sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Tag 12, zweiter Teil. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Sind wir sicher? Ja, ihr seid sicher. Warum sind wir sicher? Dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Ihr seid sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Kommst du wieder nach Deutschland? Nein, nicht ich. Ihr kommt wieder nach Deutschland. Wohin kommen wir wieder? Tag 12, zweiter Teil. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Sind wir sicher? Ja, ihr seid sicher. Warum sind wir sicher? Wir sind sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Wir sind sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Kommst du wieder nach Deutschland? Kommst du wieder nach Deutschland? Nein, nicht ich. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Kommst du wieder nach Deutschland? Kommst du wieder nach Deutschland? Nein, nicht ich. Ihr kommt wieder nach Deutschland. Wohin kommen wir wieder? Nach Deutschland. Ihr seid sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Tag 12, zweiter Teil. Tag 12, zweiter Teil. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Sind wir sicher? Ja, ihr seid sicher. Warum sind wir sicher? Dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Kommst du wieder nach Deutschland? Kommst du wieder nach Deutschland? Nein, nicht ich. Ihr kommt wieder nach Deutschland. Wohin kommen wir wieder? Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Tag 12, zweiter Teil. Wir sind sicher, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Sind wir sicher? Ja, ihr seid sicher. Ja, ihr seid sicher. Warum sind wir sicher? Dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Ihr seid sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Tag 12, zweiter Teil. Kommst du wieder nach Deutschland? Kommst du wieder nach Deutschland? Nein, nicht ich. Ihr kommt wieder nach Deutschland. Wohin kommen wir wieder? Nach Deutschland. Wir sind sicher, dass ihr wieder nach Deutschland kommt. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Essen wir den ganzen Tag? Nein, ihr esst nicht. Ihr lernt den ganzen Tag. Was machen wir den ganzen Tag? Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Und was lernen wir den ganzen Tag? Deutsch. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Wer lernt den ganzen Tag? Du und Lina. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Essen wir den ganzen Tag? Nein, ihr esst nicht. Ihr lernt den ganzen Tag. Was machen wir den ganzen Tag? Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Und was lernen wir den ganzen Tag? Deutsch. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Du und Lina. Du und Lina. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Essen wir den ganzen Tag? Nein, ihr esst nicht. Ihr lernt den ganzen Tag. Was machen wir den ganzen Tag? Was machen wir den ganzen Tag? Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Und was lernen wir den ganzen Tag? Deutsch. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Wer lernt den ganzen Tag? Du und Lina. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Essen wir den ganzen Tag? Nein, ihr esst nicht. Ihr lernt den ganzen Tag. Was machen wir den ganzen Tag? Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Und was lernen wir den ganzen Tag? Deutsch. Deutsch. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Du und Lina. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Deutsch. Essen wir den ganzen Tag? Nein, ihr esst nicht. Ihr lernt den ganzen Tag. Was machen wir den ganzen Tag? Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Und was lernen wir den ganzen Tag? Deutsch. Deutsch. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Du und Lina. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Essen wir den ganzen Tag? Nein, ihr esst nicht. Ihr lernt den ganzen Tag. Was machen wir den ganzen Tag? Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Und was lernen wir den ganzen Tag? Deutsch. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Wer lernt den ganzen Tag? Du und Lina. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Deutsch. Essen wir den ganzen Tag? Essen wir den ganzen Tag? Nein, ihr esst nicht. Ihr lernt den ganzen Tag. Was machen wir den ganzen Tag? Lernen. Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Und was lernen wir den ganzen Tag? Deutsch. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Deutsch. Du und Lina. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Essen wir den ganzen Tag? Nein, ihr esst nicht. Ihr lernt den ganzen Tag. Was machen wir den ganzen Tag? Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Und was lernen wir den ganzen Tag? Deutsch. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Du und Lina. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Essen wir den ganzen Tag? Nein, ihr esst nicht. Ihr lernt den ganzen Tag. Was machen wir den ganzen Tag? Lernen. Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Und was lernen wir den ganzen Tag? Deutsch. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Du und Lina. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, dritter Teil. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Tag 12, dritter Teil. Tag 12, dritter Teil. Jetzt lernen wir den ganzen Tag Deutsch. Lernen. Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Und was lernen wir den ganzen Tag? Deutsch. Ihr lernt den ganzen Tag Deutsch. Wer lernt den ganzen Tag? Tag 12, dritter Teil. Du und Lina. Lernen. Ihr lernt den ganzen Tag. Tag 12, dritter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Und nachmittags lesen wir. Chann 3, dritter Teil. Wann hören wir Deutsch? Morgens. Ihr hört morgens Deutsch. Und wann lesen wir? Nachmittags. Nachmittags lest ihr. Was machen wir morgens? Deutsch hören. Morgens hört ihr Deutsch. Und was machen wir nachmittags? Deutsch lesen. Nachmittags lest ihr Deutsch. Tag zwölf, vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Und nachmittags lesen wir. Wann hören wir Deutsch? Morgens. Ihr hört morgens Deutsch. Und wann lesen wir? Nachmittags. Nachmittags lest ihr. Was machen wir morgens? Deutsch hören. Morgens hört ihr Deutsch. Und was machen wir nachmittags? Deutsch lesen. Nachmittags lest ihr Deutsch. Tag zwölf, vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Deutsch. Und nachmittags lesen wir. Wann hören wir Deutsch? Morgens. Ihr hört morgens Deutsch. Und wann lesen wir? Nachmittags. Nachmittags lest ihr. Tag zwölf, vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Was machen wir morgens? Deutsch hören. Morgens hört ihr Deutsch. Und was machen wir nachmittags? Deutsch lesen. Nachmittags lest ihr Deutsch. Tag zwölf, vierter Teil. Tag zwölf, vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Und was machen wir nachmittags? Deutsch lesen. Nachmittags lest ihr Deutsch. Tag zwölf, vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Und nachmittags lesen wir. Wann hören wir Deutsch? Morgens. Ihr hört morgens Deutsch. Und wann lesen wir? Nachmittags. Nachmittags lest ihr. Was machen wir morgens? Deutsch hören? Deutsch hören. Morgens hört ihr Deutsch. Und was machen wir nachmittags? Deutsch lesen. Nachmittags lest ihr Deutsch. Tag zwölf, vierter Teil. Tag zwölf, vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Morgens hören wir Deutsch. Und nachmittags lesen wir. Nachmittags. Nachmittags lest ihr. Was machen wir morgens? Deutsch hören. Morgens hört ihr Deutsch. Und was machen wir nachmittags? Deutsch lesen. Nachmittags lest ihr Deutsch. Tag zwölf. Vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Und nachmittags lesen wir. Wann hören wir Deutsch? Morgens. Ihr hört morgens Deutsch. Und wann lesen wir? Nachmittags. Nachmittags lest ihr. Was machen wir morgens? Deutsch hören. Morgens hört ihr Deutsch. Und was machen wir nachmittags? Deutsch lesen. Nachmittags lest ihr Deutsch. Tag zwölf. Vierter Teil. Tag zwölf. Vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Und nachmittags lesen wir. Wann hören wir Deutsch? Morgens. Ihr hört morgens Deutsch. Und wann lesen wir? Nachmittags. Nachmittags lest ihr. Was machen wir morgens? Deutsch hören. Morgens hört ihr Deutsch. Deutsch. Und was machen wir nachmittags? Deutsch lesen. Nachmittags lest ihr Deutsch. Tag zwölf. Vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Deutsch. Und nachmittags lesen wir. Wann hören wir Deutsch? Morgens. Ihr hört morgens Deutsch. Und wann lesen wir? Nachmittags. Nachmittags lest ihr. Tag zwölf. Vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Was machen wir morgens? Deutsch hören. Morgens hört ihr Deutsch. Deutsch hören. Morgens hört ihr Deutsch. Und was machen wir nachmittags? Deutsch lesen. Nachmittags lest ihr Deutsch. Tag zwölf. Vierter Teil. Morgens hören wir Deutsch. Und nachmittags lesen wir. Wann hören wir Deutsch? Morgens. Ihr hört morgens Deutsch. Und wann lesen wir? Nachmittags. Nachmittags lest ihr. Tag zwölf. Vierter Teil. Was machen wir morgens? Deutsch hören. Morgens hört ihr Deutsch. Und was machen wir nachmittags? Deutsch lesen. Nachmittags lest ihr Deutsch. Tag zwölf. Fünfter Teil. Was für eine Reise. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Und nachmittags lesen sie. Tag zwölf. Fünfter Teil. Was für eine Reise. Tag zwölf. Fünfter Teil. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Und nachmittags lesen sie. Tag zwölf. Fünfter Teil. Was für eine Reise. Was für eine Reise. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Und nachmittags lesen sie. Tag zwölf. Fünfter Teil. Was für eine Reise. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Und nachmittags lesen sie. Tag zwölf. Fünfter Teil. Was für eine Reise. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Und nachmittags lesen sie. Tag zwölf. Fünfter Teil. Was für eine Reise. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Und nachmittags lesen sie. Tag zwölf. Fünfter Teil. Was für eine Reise. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Und nachmittags lesen sie. Tag zwölf. Fünfter Teil. Tag zwölf. Fünfter Teil. Was für eine Reise. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Und nachmittags lesen sie. Tag zwölf. Fünfter Teil. Tag zwölf. Fünfter Teil. Was für eine Reise. Was für eine Reise. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Und nachmittags lesen sie. Tag zwölf. Fünfter Teil. Tag zwölf. Fünfter Teil. Was für eine Reise. Lina und Ben sind sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Jetzt lernen sie den ganzen Tag Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Morgens hören sie Deutsch. Und nachmittags lesen sie. Tag zwölf. Sechster Teil. Lina und Ben hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Danach haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Morgens haben sie Deutsch gehört. Und nachmittags haben sie gelesen. Tschüss und morgen geht's mit Tag 13 weiter. Tag zwölf. Sechster Teil. Lina und Ben hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. DenTag haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Morgens haben sie Deutsch gehört. Und nachmittags haben sie gelesen. Morgens haben sie Deutsch gehört und nachmittags haben sie gelesen. Lina und Ben hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Danach haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Morgens haben sie Deutsch gehört und nachmittags haben sie gelesen. Tschüss und morgen geht's mit Tag 13 weiter. Tag 12, sechster Teil Lina und Ben hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Danach haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Morgens haben sie Deutsch gehört und nachmittags haben sie gelesen. Tschüss und morgen geht's mit Tag 13 weiter. Tag 12, sechster Teil Lina und Ben hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Danach haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Morgens haben sie Deutsch gehört und nachmittags haben sie gelesen. Tschüss und morgen geht's mit Tag 13 weiter. Tag 12, sechster Teil Lina und Ben hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Tod제가 klappen, in einer super Reise. Vor und irgendwann sind die時áers. Dann gehen sie direkt als wenn sie in deräche startedрыse. Arschود sind die ersten Beine selbst gegangen, die propriete in der eigenen Östeoglinie. Dann gehen sie nachmittags haben sie denn May hat eine sehr wichtige Rolle. Und Montage, dass sie den ganzen Tag dolk oder übertrogen, die jesservais sind in der letzten Jahre. Die ersten Zeit haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Die ersten türenken die decken. hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Danach haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Morgens haben sie Deutsch gehört und nachmittags haben sie gelesen. Tschüss und morgen geht's mit Tag 13 weiter. Tag 12, sechster Teil Lina und Ben hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Danach haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Morgens Morgens haben sie Deutsch gehört und nachmittags haben sie gelesen. Tschüss und morgen geht's mit Tag 13 weiter. Tag 12, sechster Teil Lina und Ben hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Danach haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Morgens Morgens haben sie Deutsch gehört und nachmittags haben sie gelesen. Tschüss und morgen geht's mit Tag 13 weiter. Tag 12, sechster Teil Lina und Ben Lina und Ben hatten eine super Reise. Sie waren sicher, dass sie wieder nach Deutschland kommen. Danach haben sie den ganzen Tag Deutsch gelernt. Morgens haben sie Deutsch gehört und nachmittags haben sie gelesen. Tschüss und morgen geht's mit Tag 13 weiter. Tag 13, erster Teil Hallo! Gute Nachrichten! Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, zweiter Teil Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Ist Lina fertig? Ja, sie ist fertig. Mit was ist sie fertig? Mit ihrem Studium. Sie ist mit ihrem Studium fertig. Bin ich mit meinem Studium fertig? Nein, du bist nicht mit deinem Studium fertig. Und warum nicht? Du studierst nicht, weil du ein Mechaniker bist. Tag 13, dritter Teil Tag 13, dritter Teil Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Kann ich etwas verkaufen? Kann ich etwas verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Du kannst etwas kaufen. Und was kann ich kaufen? Die Tickets. Du kannst die Tickets kaufen. Welche Tickets? Die Tickets für Berlin. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Wer kann die Tickets für Berlin kaufen? Du. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche. Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 13, erster Teil Hallo! Gute Nachrichten! Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Endlich! Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, erster Teil Hallo! Gute Nachrichten! Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Endlich! Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, erster Teil Hallo! Gute Nachrichten! Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Endlich! Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, erster Teil Hallo! Gute Nachrichten! Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Endlich! Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, erster Teil Hallo! Gute Nachrichten! Eindlich! Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, erster Teil. Hallo! Gute Nachrichten! Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, erster Teil. Hallo! Gute Nachrichten! Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, erster Teil. Hallo! Gute Nachrichten! Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, erster Teil. Hallo! Gute Nachrichten! Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, erster Teil. Hallo! Gute Nachrichten! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Wir werden nächste Woche fliegen. Tag 13, erster Teil. Tag 14, erster Teil. Nein! Du bist nicht mit deinem Studium fertig. Und warum nicht? Du studierst nicht, weil du ein Mechaniker bist. Tag 13, zweiter Teil. Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Ist Lina fertig? Ja, sie ist fertig. Mit was ist sie fertig? Mit ihrem Studium. Sie ist mit ihrem Studium fertig. Bin ich mit meinem Studium fertig? Nein, du bist nicht mit deinem Studium fertig. Und warum nicht? Du studierst nicht, weil du ein Mechaniker bist. Tag 13, zweiter Teil. Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Ist Lina fertig? Ja, sie ist fertig. Mit was ist sie fertig? Mit ihrem Studium. Sie ist mit ihrem Studium fertig. Bin ich mit meinem Studium fertig? Nein, du bist nicht mit deinem Studium fertig. Und warum nicht? Du studierst nicht, weil du ein Mechaniker bist. Tag 13, zweiter Teil. Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Ist Lina fertig? Ja, sie ist fertig. Mit was ist sie fertig? Mit ihrem Studium. Sie ist mit ihrem Studium fertig. Bin ich mit meinem Studium fertig? Nein, du bist nicht mit deinem Studium fertig. Und warum nicht? Du studierst nicht, weil du ein Mechaniker bist. Tag 13, zweiter Teil. Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Ist Lina fertig? Ja, sie ist fertig. Mit was ist sie fertig? Mit ihrem Studium. Sie ist mit ihrem Studium fertig. Bin ich mit meinem Studium fertig? Nein, du bist nicht mit deinem Studium fertig. Und warum nicht? Nicht! Du studierst nicht, weil du ein Mechaniker bist. Tag 13, zweiter Teil. Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Ist Lina fertig? Ja, sie ist fertig. Mit was ist sie fertig? Mit ihrem Studium fertig? Mit ihrem Studium. Sie ist mit ihrem Studium fertig. Bin ich mit meinem Studium fertig? Bin ich mit meinem Studium fertig? Nein, du bist nicht mit deinem Studium fertig. Und warum nicht? Du studierst nicht, weil du ein Mechaniker bist. Tag 13, zweiter Teil. Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Lina ist mit meinem 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 Studium fertig. Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Ist Lina fertig? Ja, sie ist fertig. Mit was ist sie fertig? Mit ihrem Studium. Sie ist mit ihrem Studium fertig. Bin ich mit meinem Studium fertig? Nein, du bist nicht mit deinem Studium fertig. Und warum nicht? Du studierst nicht, weil du ein Mechaniker bist. Tag 13, zweiter Teil. Endlich! Lina ist mit ihrem Studium fertig. Ist Lina fertig? Ja, sie ist fertig. Mit was ist sie fertig? Mit ihrem Studium. Sie ist mit ihrem Studium fertig. Bin ich mit meinem Studium fertig? Nein, du bist nicht mit deinem Studium fertig. Und warum nicht? Du studierst nicht, weil du ein Mechaniker bist. Tag 13, dritter Teil. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Kann ich etwas verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Du kannst etwas kaufen. Und was kann ich kaufen? Die Tickets. Du kannst die Tickets kaufen. Welche Tickets? Die Tickets für Berlin. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Wer kann die Tickets für Berlin kaufen? Du. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, dritter Teil. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Kann ich etwas verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Du kannst etwas kaufen. Du kannst die Tickets kaufen. Und was kann ich kaufen? Die Tickets. Du kannst die Tickets kaufen. Welche Tickets? Die Tickets für Berlin. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Wer kann die Tickets für Berlin kaufen? Du. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, dritter Teil. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Kann ich etwas verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Du kannst etwas kaufen. Und was kann ich kaufen? Die Tickets. Du kannst die Tickets kaufen. Welche Tickets? Die Tickets für Berlin. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Wer kann die Tickets für Berlin kaufen? Du. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, dritter Teil. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Kann ich etwas verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Du kannst etwas kaufen. Und was kann ich kaufen? Die Tickets. Du kannst die Tickets kaufen. Welche Tickets? Die Tickets für Berlin. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, dritter Teil. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Und da kannst ich etwas kaufen. Ja,生活 2, 2, 4. Mann 3, 5. Wer kann die Tickets für Berlin kaufen? Du. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, dritter Teil. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Kann ich etwas verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Du kannst etwas kaufen. Und was kann ich kaufen? Die Tickets. Du kannst die Tickets kaufen. Welche Tickets? Die Tickets für Berlin. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Wer kann die Tickets für Berlin kaufen? Du. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, dritter Teil. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Kann ich etwas verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Du kannst etwas kaufen. Und was kann ich kaufen? Die Tickets. Du kannst die Tickets kaufen. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Wer kann die Tickets für Berlin kaufen? Du. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, dritter Teil. Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Kann ich etwas verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Du kannst etwas kaufen. Und was kann ich kaufen? Die Tickets. Du kannst die Tickets kaufen. Welche Tickets? Die Tickets für Berlin. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Wer kann die Tickets für Berlin kaufen? Du. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, dritter Teil Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Kann ich etwas verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Du kannst etwas kaufen. Und was kann ich kaufen? Die Tickets. Du kannst die Tickets kaufen. Welche Tickets? Die Tickets für Berlin. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Wer kann die Tickets für Berlin kaufen? Du. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, dritter Teil Und ich kann die Tickets für Berlin kaufen. Kann ich etwas verkaufen? Nein, nicht verkaufen. Du kannst etwas kaufen. Und was kann ich kaufen? Die Tickets. Du kannst die Tickets kaufen. Welche Tickets? Die Tickets für Berlin. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Wer kann die Tickets für Berlin kaufen? Du. Du kannst die Tickets für Berlin kaufen. Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche fliegen. Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, vierter Teil Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche fliegen. Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, vierter Teil Wir werden nächste Woche fliegen. Sind wir letzte Woche geflogen? Nein, ihr seid nicht letzte Woche geflogen. Fliegen wir diese Woche? Nein, ihr fliegt nicht diese Woche. Werden wir nächste Woche fliegen? Ja, ihr werdet nächste Woche fliegen. Also wann? Letzte, diese oder nächste Woche? Nächste Woche fliegen. Nächste Woche. Ihr werdet nächste Woche fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 13, fünfter Teil Lina hat gute Nachrichten. Sie ist endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben kann die Tickets für Berlin kaufen. Sie werden nächste Woche nach Berlin fliegen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 12, sechster Teil Lina hatte gute Nachrichten. Sie war endlich mit ihrem Studium fertig. Und Ben konnte die Tickets für Berlin kaufen. Sie wollten eine Woche später fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 14, erster Teil Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, zweiter Teil Ich habe ein großes Haus in Madrid. Habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Ist das Haus groß oder klein? Groß. Das Haus ist groß und nicht klein. Hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, dritter Teil Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? 400.000 Euro. Es kostet 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, vierter Teil Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Brauchen wir ein Fahrrad? Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Was brauchen wir? Eine Wohnung. Ihr braucht eine Wohnung. Und wo brauchen wir eine Wohnung? In Berlin. Ihr braucht eine Wohnung in Berlin. Und wann brauchen wir eine Wohnung? Jetzt. Ihr braucht jetzt eine Wohnung. Tag 14, fünfter Teil Ben hat kein kleines Haus. Er hat ein großes Haus in Madrid. Und er verkauft es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen Lina und Ben eine Wohnung in Berlin. Tag 14, sechster Teil. Ben hatte ein großes Haus in Madrid. und er hat es für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Wir brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, fünfter Teil Tag 14, fünfter Teil Hallo und herzlich willkommen Ich habe ein großes Haus in Madrid. und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, fünfter Teil Tag 14, fünfter Teil Hallo und herzlich willkommen Ich habe ein großes Haus in Madrid. und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, fünfter Teil Tag 14, fünfter Teil Hallo und herzlich willkommen Ich habe ein großes Haus in Madrid. und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, fünfter Teil Tag 14, fünfter Teil Hallo und herzlich willkommen Ich habe ein großes Haus in Madrid. Tag 14, fünfter Teil 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 Wir brauchen eine Wohnung in Berlin. Tag 14, erster Teil. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, erster Teil. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, erster Teil. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, erster Teil. Tag 14, erster Teil. Tag 14, erster Teil. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, erster Teil. Tag 14, zweiter Teil. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Ist das Haus groß oder klein? Groß. Das Haus ist groß und nicht klein. Hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, zweiter Teil. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Mit... habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Ist das Haus groß oder klein? Groß. Das Haus ist groß und nicht klein. Hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, zweiter Teil. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Ist das Haus in Madrid. Ist das Haus groß oder klein? Groß. Das Haus ist groß und nicht klein. Hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, zweiter Teil. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Mit... habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Ist das Haus groß oder klein? Groß. Das Haus ist groß und nicht klein. Hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, zweiter Teil. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Mit... habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Ist das Haus groß oder klein? Groß. Das Haus ist groß und nicht klein. Und... hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, zweiter Teil. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Mit... habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Ist das Haus groß oder klein? Groß. Das Haus ist groß und nicht klein. Und... hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, zweiter Teil. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Habe ich ein Haus in Barcelona? Habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Du hast ein Haus in Madrid. Nein, ich habe ein großes Haus in Madrid. Hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, zweiter Teil. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Ist das Haus groß oder klein? Groß. Das Haus ist groß und nicht klein. Hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, zweiter Teil. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Ist das Haus groß oder klein? Groß. Das Haus ist groß und nicht klein. Hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, zweiter Teil. Tag 15, zweiter Teil. Ich habe ein großes Haus in Madrid. Habe ich ein Haus in Barcelona? Nein, nicht in Barcelona. Du hast ein Haus in Madrid. Ist das Haus groß oder klein? Groß. Das Haus ist groß und nicht klein. Hat Lina ein großes Haus? Nein, du hast ein großes Haus. Und wo ist das Haus? In Madrid. Es ist in Madrid. Tag 14, dritter Teil. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Dein Haus. Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? 400.000 Euro. Es kostet 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, dritter Teil. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Dein Haus. Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? 400.000 Euro. Es kostet 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Dein Haus. Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, dritter Teil. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Dein Haus. Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? 400.000 Euro. Es kostet 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Dein Haus. Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, dritter Teil. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Dein Haus. Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? 400.000 Euro. Es kostet 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Dein Haus. Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, dritter Teil. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Dein Haus. Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? Wie viel kostet das Haus? 400.000 Euro. Es kostet 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Dein Haus. Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, dritter Teil. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Dein Haus. Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? 400.000 Euro. Das kostet 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Dein Haus. Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, dritter Teil. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Dein Haus. Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? 400.000 Euro. Das kostet 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Dein Haus. Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, dritter Teil. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Dein Haus. Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? 400.000 Euro. Das kostet 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, dritter Teil. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Dein Haus. Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? Wie viel kostet das Haus? Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, dritter Teil. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Und ich verkaufe es für 400.000 Euro. Kaufe ich ein Haus? Nein, du kaufst kein Haus. Du verkaufst dein Haus. Was verkaufe ich? Dein Haus. Du verkaufst dein Haus. Wie viel kostet das Haus? 400.000 Euro. Es kostet 400.000 Euro. Was kostet 400.000 Euro? Dein Haus. Dein Haus kostet 400.000 Euro. Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Brauchen wir ein Fahrrad? Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Was brauchen wir? Eine Wohnung. Ihr braucht eine Wohnung. Und wo brauchen wir eine Wohnung? In Berlin. Ihr braucht eine Wohnung in Berlin. Und wann brauchen wir eine Wohnung? Jetzt. Ihr braucht jetzt eine Wohnung. Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, vierter Teil. Brauchen wir ein Fahrrad? Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Was brauchen wir? Eine Wohnung. Ihr braucht eine Wohnung. Und wo brauchen wir eine Wohnung? In Berlin. In Berlin. Ihr braucht eine Wohnung in Berlin. Und wann brauchen wir eine Wohnung? Jetzt. Ihr braucht jetzt eine Wohnung. Tag 14, vierter Teil. Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Brauchen wir ein Fahrrad? Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Tag 14, vierter Teil. Was brauchen wir ein Fahrrad? Was brauchen wir? Eine Wohnung. Eine Wohnung. Ihr braucht eine Wohnung. Und wo brauchen wir eine Wohnung? Jetzt. Ihr braucht jetzt eine Wohnung. Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Brauchen wir ein Fahrrad? Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Was brauchen wir? Eine Wohnung. Ihr braucht eine Wohnung. Und wo brauchen wir eine Wohnung? In Berlin. Ihr braucht eine Wohnung in Berlin. Und wann brauchen wir eine Wohnung? Jetzt. Ihr braucht jetzt eine Wohnung. Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Brauchen wir ein Fahrrad? Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Was brauchen wir? Eine Wohnung. Ihr braucht eine Wohnung. Und wo brauchen wir eine Wohnung? In Berlin. Ihr braucht eine Wohnung in Berlin. Und wann brauchen wir eine Wohnung? Jetzt. Ihr braucht jetzt eine Wohnung. Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Brauchen wir ein Fahrrad? Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Was brauchen wir? Tag 14, vierter Teil. Tag 14, vierter Teil. Und wo brauchen wir eine Wohnung? In Berlin. Ihr braucht eine Wohnung in Berlin. Und wann brauchen wir eine Wohnung? Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Was brauchen wir? Eine Wohnung. Ihr braucht eine Wohnung. Und wo brauchen wir eine Wohnung? In Berlin. Ihr braucht eine Wohnung in Berlin. Und wann brauchen wir eine Wohnung? Jetzt. Ihr braucht jetzt eine Wohnung. Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Brauchen wir ein Fahrrad? Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Was brauchen wir? Eine Wohnung. Ihr braucht eine Wohnung. Und wo brauchen wir eine Wohnung? In Berlin. Ihr braucht eine Wohnung in Berlin. Und wann brauchen wir eine Wohnung? Jetzt. Ihr braucht jetzt eine Wohnung. Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Brauchen wir ein Fahrrad? Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Was brauchen wir ein Fahrrad. Was brauchen wir? Eine Wohnung. Eine Wohnung. Ihr braucht eine Wohnung. Und wo brauchen wir eine Wohnung? In Berlin. Ihr braucht eine Wohnung in Berlin. Und wann brauchen wir eine Wohnung? Jetzt. Ihr braucht jetzt eine Wohnung. Tag 14, vierter Teil. Jetzt brauchen wir eine Wohnung in Berlin. Brauchen wir ein Fahrrad? Nein, ihr braucht kein Fahrrad. Was brauchen wir? Eine Wohnung. Ihr braucht eine Wohnung. Und wo brauchen wir eine Wohnung? In Berlin. Ihr braucht eine Wohnung in Berlin. Und wann brauchen wir eine Wohnung? Jetzt. Ihr braucht jetzt eine Wohnung. Tag 14, fünfter Teil. Ben hat kein kleines Haus. Er hat ein großes Haus in Madrid. Und er verkauft es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen Lina und Ben eine Wohnung in Berlin. Tag 14, fünfter Teil. Ben hat kein kleines Haus. Er hat ein großes Haus in Madrid. Und er verkauft es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen Lina und Ben eine Wohnung in Berlin. Tag 14, fünfter Teil. Ben hat kein kleines Haus. Er hat kein kleines Haus. Er hat ein großes Haus. in Madrid. Und er verkauft es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen Lina und Ben eine Wohnung in Berlin. Tag 14, fünfter Teil. Ben hat kein kleines Haus. Tag 14, fünfter Teil. Ben hat kein kleines Haus. Ben hat kein kleines Haus. Er hat ein großes Haus in Madrid. Und er verkauft es für 400.000 Euro. Tag 14, fünfter Teil. Jetzt brauchen Lina und Ben eine Wohnung in Berlin. Tag 14, fünfter Teil. Ben hat kein kleines Haus. Ben hat kein kleines Haus. Er hat ein großes Haus. Er hat ein großes Haus in Madrid. Und er verkauft es für 400.000 Euro. Tag 14, fünfter Teil. Jetzt brauchen Lina und Ben eine Wohnung in Berlin. Tag 14, fünfter Teil. Tag 14, fünfter Teil. Tag 14, fünfter Teil. Tag 14, fünfter Teil. Ben hat kein kleines Haus. Er hat ein großes Haus in Madrid. Und er verkauft es für 400.000 Euro. Jetzt brauchen Lina und Ben eine Wohnung in Berlin. Tag 14, sechster Teil Ben hatte ein großes Haus in Madrid. Und er hat es für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Morgen geht's weiter. Bis bald! Tag 14, sechster Teil Ben hatte ein großes Haus in Madrid. Und er hat es für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Morgen geht's weiter. Bis bald! Tag 14, sechster Teil Ben hatte ein großes Haus in Madrid. Und er hat es für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Morgen geht's weiter. Bis bald! Tag 14, sechster Teil Ben hatte ein großes Haus in Madrid. Und er hat es für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Morgen geht's weiter. Bis bald! Tag 14, sechster Teil Ben hat es für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Morgen geht's für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Morgen geht's weiter. Bis bald! Tag 14, sechster Teil Ben hatte ein großes Haus in Madrid. Und er hat es für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Morgen geht's weiter. Bis bald! Tag 14, sechster Teil Ben hatte ein großes Haus in Madrid. und er hat es für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Morgen geht's weiter. Bis bald! Tag 14, sechster Teil Ben hatte ein großes Haus in Madrid. Und er hat es für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Morgen geht's weiter. Bis bald! Tag 14, sechster Teil Ben hatte ein großes Haus in Madrid. Und er hat es für 400.000 Euro verkauft. Lina und Ben brauchten keine Wohnung in Rom. Jetzt brauchten sie eine Wohnung in Berlin. Morgen geht's weiter. Bis bald! Tag 15, erster Teil Hallo! Ein Freund sagt mir Such eine Wohnung im Internet. Und ich finde eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir Such eine Wohnung im Internet. Wer sagt mir etwas? Ein Freund Ein Freund sagt dir etwas. Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet. Er sagt dir Such eine Wohnung im Internet. Was soll ich machen? Eine Wohnung im Internet suchen. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Tag 15, dritter Teil Und ich finde eine schöne Wohnung. Finde ich eine Wohnung? Ja, du findest eine Wohnung. Ist die Wohnung schön oder hässlich? Schön, die Wohnung ist schön. Wer findet eine schöne Wohnung? Du, du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, vierter Teil Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. Hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, fünfter Teil Ein Freund sagt Ben Such eine Wohnung im Internet Und Ben findet eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben gesagt Such eine Wohnung im Internet Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tschüss und bis morgen Tag 15, erster Teil Hallo Ein Freund sagt mir Such eine Wohnung im Internet Und ich finde eine schöne Wohnung. Ich finde eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Tag 15, erster Teil Hallo Ein Freund sagt mir Such eine Wohnung im Internet Such eine Wohnung im Internet Such eine Wohnung im Internet Und ich finde eine schöne Wohnung Und ich finde eine schöne Wohnung Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Tag 15, erster Teil Tag 15, erster Teil Ein Freund sagt mir Such eine Wohnung im Internet Und ich finde eine schöne Wohnung Die Wohnung Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon Tag 15, erster Teil Tag 15, erster Teil Ein Freund sagt mir Such eine Wohnung im Internet Und ich finde eine schöne Wohnung Und ich finde eine schöne Wohnung Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon Tag 15, erster Teil Tag 15, erster Teil Hallo Ein Freund sagt mir Such eine Wohnung im Internet Und ich finde eine schöne Wohnung Und ich finde eine schöne Wohnung Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon Tag 15, erster Teil 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 Hallo, ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet und ich finde eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Tag 15, erster Teil Hallo, ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet und ich finde eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Tag 15, erster Teil Hallo, ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet und ich finde eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Tag 15, erster Teil Hallo, ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet und ich finde eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet. Wer sagt mir etwas? Ein Freund Ein Freund, ein Freund sagt dir etwas. Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet. Er sagt dir, such eine Wohnung im Internet. Was soll ich machen? Eine Wohnung im Internet suchen. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Und wo soll ich eine Wohnung suchen? Im Internet. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir. Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet. Wer sagt mir etwas? Ein Freund. Ein Freund sagt dir etwas. Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet. Er sagt dir, such eine Wohnung im Internet. Und wo soll ich eine Wohnung im Internet suchen? Tag 15, zweiter Teil Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet. Tag 15, zweiter Teil Wer sagt mir etwas? Wer sagt mir etwas? Ein Freund. Ein Freund sagt dir etwas. Ein Freund sagt dir etwas. Und was sagt er mir? Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet. Er sagt dir, such eine Wohnung im Internet. Was soll ich machen? Eine Wohnung im Internet suchen. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Und wo soll ich eine Wohnung suchen? Im Internet. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet. Wer sagt mir etwas? Ein Freund. Ein Freund sagt dir etwas. Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet. Er sagt dir, such eine Wohnung im Internet. Was soll ich machen? Eine Wohnung im Internet suchen. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Und wo soll ich eine Wohnung suchen? Im Internet. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir. Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet. Wer sagt mir etwas? Ein Freund. Ein Freund sagt dir etwas. Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet suchen. Er sagt dir, such eine Wohnung im Internet. Was soll ich machen? Eine Wohnung im Internet suchen. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Und wo soll ich eine Wohnung suchen? Und wo soll ich eine Wohnung suchen? Im Internet. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet. Wer sagt mir etwas? Ein Freund. Ein Freund sagt dir etwas. Und was sagt er mir? Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet. Er sagt dir, such eine Wohnung im Internet. Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet. Ein Freund sagt dir etwas. Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet. Er sagt dir, such eine Wohnung im Internet. Was soll ich machen? Eine Wohnung im Internet suchen. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Und wo soll ich eine Wohnung suchen? Im Internet. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet suchen. Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet suchen. Wer sagt mir etwas? Ein Freund. Ein Freund sagt dir etwas. Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet suchen. Er sagt dir, such eine Wohnung im Internet suchen. Was soll ich machen? Eine Wohnung im Internet suchen. Und wo soll ich eine Wohnung suchen? Und wo soll ich eine Wohnung suchen? Im Internet. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet suchen. Ein Freund sagt dir etwas. Und was sagt mir, such eine Wohnung im Internet suchen. Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet suchen. Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet suchen. Tag 15, zweiter Teil Tag 15, zweiter Teil Ein Freund sagt mir, such eine Wohnung im Internet. Und was sagt er mir? Such eine Wohnung im Internet suchen. Such eine Wohnung im Internet suchen. Was soll ich machen? Eine Wohnung im Internet suchen. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Und wo soll ich eine Wohnung suchen? Im Internet. Du sollst eine Wohnung im Internet suchen. Tag 15, dritter Teil. Und ich finde eine schöne Wohnung. Finde ich eine Wohnung? Ja, du findest eine Wohnung. Ist die Wohnung schön oder hässlich? Schön. Die Wohnung ist schön. Wer findet eine schöne Wohnung? Du. Du findest eine schöne Wohnung. Was finde ich? Eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, dritter Teil. Und ich finde eine schöne Wohnung. Finde ich eine Wohnung? Ja, du findest eine Wohnung. Ist die Wohnung schön oder hässlich? Schön. Die Wohnung ist schön. Wer findet eine schöne Wohnung? Du. Du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, dritter Teil. Was finde ich? Eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, dritter Teil. Und ich finde eine schöne Wohnung. Tag 16, dritter Teil. Finde ich eine Wohnung? Ja, du findest eine Wohnung. Ist die Wohnung schön oder hässlich? Schön. Die Wohnung ist schön. Wer findet eine schöne Wohnung? Du. Du findest eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Was finde ich? Eine schöne Wohnung. Du. Du findest eine schöne Wohnung. Eine schöne Wohnung. Eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, dritter Teil. Und ich finde eine schöne Wohnung. Finde ich eine Wohnung? Ja, du findest eine Wohnung. Ist die Wohnung schön oder hässlich? Schön. Schön. Die Wohnung ist schön. Wer findet eine schöne Wohnung? Du. Du findest eine schöne Wohnung. Was finde ich? Eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, dritter Teil. Tag 15, dritter Teil. Und ich finde eine schöne Wohnung. Finde ich eine Wohnung? Ja, du findest eine Wohnung. Ist die Wohnung schön oder hässlich? Schön. Die Wohnung ist schön. Wer findet eine schöne Wohnung? Du. Du findest eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Was finde ich? Eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, dritter Teil. Tag 15, dritter Teil. Und ich finde eine schöne Wohnung. Und ich finde eine schöne Wohnung. Finde ich eine Wohnung? Ja, du findest eine Wohnung. Ist die Wohnung schön oder hässlich? Schön. Die Wohnung ist schön. Wer findet eine schöne Wohnung? Du. Du findest eine schöne Wohnung. Was finde ich? Eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, dritter Teil. Tag 16, dritter Teil. Tag 15, dritter Teil. Was finde ich? Eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, dritter Teil. Tag 15, dritter Teil. Tag 15, dritter Teil. Ist die Wohnung schön oder hässlich? Schön. Die Wohnung ist schön. Wer findet eine schöne Wohnung? Du. Du findest eine schöne Wohnung. Was finde ich? Eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, dritter Teil. Und ich finde eine schöne Wohnung. Finde ich eine Wohnung? Ja, du findest eine Wohnung. Ist die Wohnung schön oder hässlich? Schön. Die Wohnung ist schön. Wer findet eine schöne Wohnung? Du. Du findest eine schöne Wohnung. Was finde ich? Eine schöne Wohnung. Du findest eine schöne Wohnung. Tag 15, vierter Teil. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. Hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, vierter Teil. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. Hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, vierter Teil. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. Hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, vierter Teil. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. Hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, vierter Teil. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. Hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, vierter Teil. Tag 15, vierter Teil. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. Hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, vierter Teil. Tag 15, vierter Teil. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. Hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, vierter Teil. Tag 15, vierter Teil. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. Hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, vierter Teil. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. Hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, vierter Teil. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Hat die Wohnung ein Schlafzimmer? Ja, sie hat ein Schlafzimmer. Hat die Wohnung zwei Wohnzimmer? Nein, nicht zwei. Sie hat nur ein Wohnzimmer. hat die Wohnung eine Küche und ein Bad? Ja, sie hat eine Küche und ein Bad. Hat die Wohnung einen Garten? Nein, sie hat keinen Garten, aber sie hat einen Balkon. Tag 15, fünfter Teil. Ein Freund sagt Ben, such eine Wohnung im Internet. und Ben findet eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 15, fünfter Teil. Ein Freund sagt Ben, such eine Wohnung im Internet und Ben findet eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 15, fünfter Teil. Ein Freund sagt Ben, such eine Wohnung im Internet und Ben findet eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 15, fünfter Teil. Tag 15, fünfter Teil. Ein Freund sagt Ben, such eine Wohnung im Internet und Ben findet eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 15, fünfter Teil. Tag 15, fünfter Teil. Tag 15, fünfter Teil. Ein Freund sagt Ben, such eine Wohnung im Internet und Ben findet eine schöne Wohnung. Tag 15, fünfter Teil. 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 Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 15, fünfter Teil Ein Freund sagt Ben, such eine Wohnung im Internet. Und Ben findet eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 15, fünfter Teil Ein Freund sagt Ben, such eine Wohnung im Internet. Und Ben findet eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 15, fünfter Teil Ein Freund sagt Ben, such eine Wohnung im Internet. Und Ben findet eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben, such eine Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tschüss, tschüss und bis morgen. Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben gesagt, such eine Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tschüss und bis morgen. Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben gesagt, such eine Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tschüss und bis morgen. Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben gesagt, such eine Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tschüss und bis morgen. Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben gesagt, such eine Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tschüss und bis morgen. Tag 15, sechster Teil Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben gesagt, such eine Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 15, sechster Teil Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben gesagt, such eine Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tschüss und bis morgen. Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben gesagt, such eine Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tschüss und bis morgen. Tag 15, sechster Teil Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben gesagt, such eine Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tschüss und bis morgen. Tag 15, sechster Teil Tag 15, sechster Teil Ein Freund hat Ben gesagt, such eine Wohnung im Internet. Und Ben hat eine schöne Wohnung gefunden. Die Wohnung hatte ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tschüss und bis morgen. Ich lerne Deutsch Die Leute in Berlin sind nicht unfreundlich. Sie sind sehr, sehr nett. Sie sind sehr, sehr nett. Wir treffen auch viele Spanier. Wir treffen auch viele Spanier. Und wir haben eine schöne Wohnung. Die Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Die Leute in Berlin waren sehr, sehr nett. Wir haben keine Amerikaner getroffen. Wir hatten ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Bad und einen Balkon. Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, zweiter Teil Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Kostet die Wohnung 500 Euro? Nein, sie kostet nicht 500 Euro. Sie kostet 800 Euro. Wie viel kostet die Wohnung? 800 Euro. Die Wohnung kostet 800 Euro. Pro Woche? Nein, nicht pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Was kostet 800 Euro pro Monat? Die Wohnung. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Tag 16, dritter Teil Wasser und Strom kosten extra. Kostet das Telefon extra? Nein, das Telefon kostet nicht extra. Und was kostet extra? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Wasser und was? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Sind Wasser und Strom inklusive? Nein, sie kosten extra und sie sind nicht inklusive. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt sie. Wer nimmt die Wohnung? Ihr, ihr nehmt die Wohnung. Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nimmst du und liebst du die Wohnung? Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, sechster Teil Die Wohnung hat 800 Euro pro Monat gekostet. Das Telefon war inklusive. Aber Wasser und Strom haben extra gekostet. Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina haben die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Wasser und Strom kosten extra Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Wasser und Strom kosten extra Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Wasser und Strom kosten extra Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Wasser und Strom kosten extra Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Tag 16, erster Teil Einen wunderschönen guten Tag Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Wasser und Strom kosten extra Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt Tag 16, erster Teil Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Kostet die Wohnung 500 Euro? Nein, sie kostet nicht 500 Euro Sie kostet 800 Euro Wie viel kostet die Wohnung? 800 Euro Die Wohnung kostet 800 Euro Pro Woche? Nein, nicht pro Woche Sie kostet 800 Euro pro Monat Was kostet 800 Euro pro Monat? Die Wohnung Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Tag 16, zweiter Teil Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat So oder Dinge kostet Gewicht vom Monat pro Monat Shahlau Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat Umsatz pro Monat pro Monat via unity i ferb bitch Sie kostet 800 Euro pro Monat. Was kostet 800 Euro pro Monat? Die Wohnung. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Tag 16, zweiter Teil. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Kostet die Wohnung 500 Euro? Nein, sie kostet nicht 500 Euro. Sie kostet 800 Euro. Wie viel kostet die Wohnung? 800 Euro. Die Wohnung kostet 800 Euro. Pro Woche? Nein, nicht pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Was kostet 800 Euro pro Monat? Die Wohnung. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Tag 16, zweiter Teil. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Kostet die Wohnung 500 Euro? Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Wie viel kostet die Wohnung? Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Tag 16, zweiter Teil. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Wie viel kostet die Wohnung? Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Tag 16, zweiter Teil. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Wie viel kostet die Wohnung? Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Nein, nicht pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Was kostet 800 Euro pro Monat? Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Tag 16, zweiter Teil. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Kostet die Wohnung 500 Euro? Nein, sie kostet nicht 500 Euro. Sie kostet 800 Euro. Wie viel kostet die Wohnung? 800 Euro. Die Wohnung kostet 800 Euro. Pro Woche? Nein, nicht pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Was kostet 800 Euro pro Monat? Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Tag 16, zweiter Teil. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Kostet die Wohnung 500 Euro? Nein, sie kostet 800 Euro pro Monat. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wie viel kostet die Wohnung? 800 Euro pro Monat. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Pro Woche? Tag 16, zweiter Teil. Tag 16, zweiter Teil. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Kostet die Wohnung 500 Euro? Nein, sie kostet nicht 500 Euro. Sie kostet 800 Euro. Wie viel kostet die Wohnung? 800 Euro. Die Wohnung kostet 800 Euro. Pro Woche? Nein, nicht pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Was kostet 800 Euro pro Monat? Tag 16, zweiter Teil. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Kostet die Wohnung 500 Euro? Nein, sie kostet 800 Euro pro Monat. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wie viel kostet die Wohnung? 800 Euro pro Monat. Die Wohnung kostet 800 Euro pro Monat. Tag 16, zweiter Teil. Tag 16, zweiter Teil. Wie viel kostet die Wohnung. Die Wohnung kostet das Telefon extra? Näin, das Telefon kostet nicht extra. Und was kostet extra? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Wasser und was? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Sind Wasser und Strom inklusive? Nein, sie kosten extra und sie sind nicht inklusive. Tag 16, dritter Teil. Wasser und Strom kosten extra. Kostet das Telefon extra? Nein, das Telefon kostet nicht extra. Und was kostet extra? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Wasser und was? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Sind Wasser und Strom inklusive? Nein, sie kosten extra und sie sind nicht inklusive. Tag 16, dritter Teil. Wasser und Strom kosten extra. Kostet das Telefon extra? Nein, das Telefon kostet nicht extra. Und was kostet extra? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Wasser und was? Was? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Sind Wasser und Strom inklusive? Nein, sie kosten extra und sie sind nicht inklusive. Tag 16, dritter Teil. Wasser und Strom kosten extra. Kostet das Telefon extra? Nein, das Telefon kostet nicht extra. Und was kostet extra? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Wasser und was? Was? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Sind Wasser und Strom inklusive? Nein, sie kosten extra und sie sind nicht inklusive. Tag 16, dritter Teil. Wasser und Strom kosten extra. Kostet das Telefon extra? Nein, das Telefon kostet nicht extra. Und was kostet extra? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Wasser und was? Was? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Was? Wasser und Strom kosten extra. Sind Wasser und Strom inklusive? Nein, sie kosten extra und sie sind nicht inklusive. Tag 16, dritter Teil. Wasser und Strom kosten extra. Kostet das Telefon extra? Nein, das Telefon kostet nicht extra. Nein, das Telefon kostet nicht extra. Und was kostet extra? Wasser und Strom. Wasser und Strom kosten extra. Wasser und Strom kostet extra. Wasser und Strom kosten extra. Sind Wasser und Strom inklusive? Nein, sie kosten extra und sie sind nicht inklusive. Tag 16, dritter Teil Wasser und Strom kosten extra. Kostet das Telefon extra? Nein, das Telefon kostet nicht extra. Und was kostet extra? Wasser und Strom kosten extra. Wasser und Strom kosten extra. Sind Wasser und Strom inklusive? Nein, sie kosten extra und sie sind nicht inklusive. Tag 16, dritter Teil Wasser und Strom kosten extra. Kostet das Telefon extra? Nein, das Telefon kostet nicht extra. Und was kostet extra? Wasser und Strom kosten extra. Wasser und was? Wasser und Strom kosten extra. Sind Wasser und Strom inklusive? Nein, sie kosten extra und sie sind nicht inklusive. Tag 16, dritter Teil Wasser und Strom kosten extra. Kostet das Telefon extra? Nein, das Telefon kostet nicht extra. Und was kostet extra? Wasser und Strom kosten extra. Wasser und Strom kosten extra. Wasser und Strom kosten extra. Kostet das Telefon extra? Sind Wasser und Strom inklusive? Wasser und Strom inklusive? Wasser kostet nicht extra? Und was kostet extra? Wasser und Strom kostet extra? Wasser und Strom kosten extra. Sind Wasser und Strom inklusive? Nein, sie kosten extra und sie sind nicht inklusive. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt sie. Wer nimmt die Wohnung? Ihr, ihr nehmt die Wohnung. Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nimmst du und liebst du die Wohnung? Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt sie. Wer nimmt die Wohnung? Ihr, ihr nehmt die Wohnung. Tag 16, vierter Teil Tag 16, vierter Teil Warum nehmen wir die Wohnung? Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nimmst du und liebst du die Wohnung? Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt sie. Tag 16, vierter Teil Wer nimmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nimmst du und liebst du die Wohnung? Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt sie. Wer nimmt die Wohnung? Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nimmst du und liebst du die Wohnung? Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt die Wohnung. Wer nimmt die Wohnung? Wer nimmt die Wohnung? Ihr, ihr nehmt die Wohnung. Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nimmst du und liebst du die Wohnung? Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt sie. Wer nimmt die Wohnung? Ja, ihr nehmt die Wohnung. Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nimmst du und liebst du die Wohnung? Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt sie. Wer nehmt die Wohnung? Ihr, ihr nehmt die Wohnung. Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nimmst du und liebst du die Wohnung? Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt sie. Wer nimmt die Wohnung? Ihr, ihr nehmt die Wohnung. Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nimmst du und liebst du die Wohnung? Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt sie. Wer nimmt die Wohnung? Ihr, ihr nehmt die Wohnung. Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nimmst du und liebst du die Wohnung? Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, vierter Teil Wir nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nehmen wir die Wohnung? Ja, ihr nehmt sie. Wer nimmt die Wohnung? Ihr, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Warum nehmen wir die Wohnung? Weil Lina die Wohnung liebt. Ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Nein, ihr nehmt die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Tag 16, fünfter Teil Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung kostet nicht 800 Euro pro Woche. Sie kostet 800 Euro pro Monat. Wasser und Strom kosten extra. Ben und Lina nehmen die Wohnung, weil Lina sie liebt. Tag 16, fünfter Teil Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung hat 800 Euro pro Monat gekostet. Das Telefon war inklusive. Aber Wasser und Strom haben extra gekostet. Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung hat 800 Euro pro Monat gekostet. Tag 16, fünfter Teil Das Telefon war inklusive. Aber Wasser und Strom haben extra gekostet. Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung hat 800 Euro pro Monat gekostet. Das Telefon war inklusive. Tag 16, fünfter Teil Aber Wasser und Strom haben extra gekostet. Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung hat 800 Euro pro Monat gekostet. Das Telefon war inklusive. Aber Wasser und Strom haben extra gekostet. Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung hat 800 Euro pro Monat gekostet. Tag 16, fünfter Teil Das Telefon war inklusive. Das Telefon war inklusive. Tag 16, fünfter Teil Aber Wasser und Strom haben extra gekostet. Tag 16, fünfter Teil Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Tag 16, fünfter Teil Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 16, fünfter Teil Tag 16, fünfter Teil Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 16, fünfter Teil Tag 16, fünfter Teil Die Wohnung hat 800 Euro pro Monat gekostet. Das Telefon war inklusive. Aber Wasser und Strom haben extra gekostet. Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 16, sechster Teil Die Wohnung hat 800 Euro pro Monat gekostet. Das Telefon war inklusive. Aber Wasser und Strom haben extra gekostet. Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 16, sechster Teil Die Wohnung hat 800 Euro pro Monat gekostet. Das Telefon war inklusive. Aber Wasser und Strom haben extra gekostet. Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 16, sechster Teil Die Wohnung hat 800 Euro pro Monat gekostet. Das Telefon war inklusive. Aber Wasser und Strom haben extra gekostet. Ben und Lina haben die Wohnung genommen, weil Lina sie geliebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tag 17, erster Teil Hallo, hier ist wieder Ben. Endlich sind wir wieder in Berlin. Sind wir wieder in Madrid? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Bist du wieder in Berlin? Bist du wieder in Berlin? Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Wo sind wir wieder? In Berlin. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Wer ist endlich wieder in Berlin? Du und Lina. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Tag 17, dritter Teil Jetzt ist Winter und es ist sehr kalt. Ist jetzt Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Winter. Es ist Winter. Welche Jahreszeit ist? Winter. Es ist Winter. Winter. Und ist es kalt oder warm? Kalt. Es ist kalt und nicht warm. Ist es sehr oder nur ein bisschen kalt? Sehr kalt. Es ist sehr kalt. Und wann ist Winter? Jetzt. Jetzt. Jetzt ist Winter. Tag 17, vierter Teil. Aber die ganze Stadt ist weiß und wunderschön. Ist die Stadt rot, blau, grün oder weiß? Weiß. Die Stadt ist weiß. Welche Farbe hat die Stadt? Weiß. Die Stadt ist weiß. Und ist die Stadt schön oder hässlich? Wunderschön. Wunderschön. Die Stadt ist wunderschön und nicht hässlich. Und warum ist die ganze Stadt weiß? Weil Winter ist. Die ganze Stadt ist weiß, weil Winter ist. Tag 17, fünfter Teil Ben und Lina sind nicht mehr in Madrid. Endlich sind sie wieder in Berlin. In Berlin ist Winter und es ist sehr kalt. Aber die ganze Stadt ist weiß und wunderschön. Tag 17, sechster Teil Endlich waren Ben und Lina wieder in Berlin. In Berlin war kein Sommer mehr. Jetzt war Winter und es war sehr kalt. Aber die ganze Stadt war weiß und sehr schön. Das war's für heute. Bis bald und tschüss. Tag 17, erster Teil Hallo, hier ist wieder Ben. Endlich sind wir wieder in Berlin. Berlin. Jetzt ist Winter und es ist sehr kalt. Aber die ganze Stadt ist weiß und wunderschön. Tag 17, erster Teil. Tag 17, erster Teil Hallo, hier ist wieder Ben. Endlich sind wir wieder in Berlin. Endlich sind wir wieder in Berlin. Endlich sind wir wieder in Berlin. Jetzt ist Winter. Jetzt ist Winter und es ist sehr kalt. Aber die ganze Stadt ist weiß und wunderschön. Tag 17, erster Teil Tag 17, erster Teil Hallo, hier ist wieder Ben. Endlich sind wir wieder in Berlin. Jetzt ist Winter und es ist sehr kalt. Aber die ganze Stadt ist weiß und wunderschön. Tag 17, erster Teil. Hallo, hier ist wieder Ben. Endlich sind wir wieder in Berlin. Jetzt ist Winter und es ist sehr kalt. Aber die ganze Stadt ist weiß und wunderschön. Tag 17, erster Teil. Hallo, hier ist wieder Ben. Endlich sind wir wieder in Berlin. Jetzt ist Winter und es ist sehr kalt. Aber die ganze Stadt ist weiß und wunderschön. Tag 17, erster Teil. Hallo, hier ist wieder Ben. Endlich sind wir wieder in Berlin. Jetzt ist Winter und es ist sehr kalt. Aber die ganze Stadt ist weiß und wunderschön. Tag 17, erster Teil. Tag 17, erster Teil. Hallo, hier ist wieder Ben. Denn das wochen hat ist So, wir sind wieder in Berlin. Sind wir wieder in Madrid? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Bist du wieder in Berlin? Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Wo sind wir wieder? In Berlin. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Wer ist endlich wieder in Berlin? Du und Lina. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Tag 17, zweiter Teil. Endlich sind wir wieder in Berlin. Sind wir wieder in Madrid? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Bist du wieder in Berlin? Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Wo sind wir wieder? In Berlin. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Wer ist endlich wieder in Berlin? Du und Lina. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Tag 17, zweiter Teil. Endlich sind wir wieder in Berlin. Sind wir wieder in Madrid? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Berlin. Bist du wieder in Berlin? Bist du wieder in Berlin? Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Wo sind wir wieder? In Berlin. In Berlin. In Berlin. Ja? In Berlin ist endlich endlich wieder in Berlin. Tag 17, zweiter Teil. Endlich sind wir wieder in Berlin. Sind wir wieder in Madrid? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Bist du wieder in Berlin? Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Wo sind wir wieder? In Berlin. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Wer ist endlich wieder in Berlin? Du und Lina. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Tag 17, zweiter Teil. Endlich sind wir wieder in Berlin. Sind wir wieder in Madrid? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Bist du wieder in Berlin? Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Wo sind wir wieder? In Berlin. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Wer ist endlich wieder in Berlin? Du und Lina. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Tag 17, zweiter Teil. Endlich sind wir wieder in Berlin. Sind wir wieder in Berlin? Sind wir wieder in Berlin? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Bist du wieder in Berlin? Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Tag 17, zweiter Teil. Tag 17, zweiter Teil. Endlich sind wir wieder in Berlin. Sind wir wieder in Madrid? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Bist du wieder in Berlin? Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Wo sind wir wieder? In Berlin. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Wer ist endlich wieder in Berlin? Du und Lina. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Tag 17, zweiter Teil. Endlich sind wir wieder in Berlin. Sind wir wieder in Madrid? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Bist du wieder in Berlin? Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Wo sind wir wieder? In Berlin. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Wer ist endlich wieder in Berlin? Du und Lina. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Tag 17, zweiter Teil. Endlich sind wir wieder in Berlin. Berlin. Sind wir wieder in Berlin. Sind wir wieder in Berlin? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Bist du wieder in Berlin? Berlin. Nein, nicht in Berlin. Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Wo sind wir wieder? In Berlin. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Berlin. Wer ist endlich wieder in Berlin? Du und Lina. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Tag 17, zweiter Teil. Tag 17, zweiter Teil. Endlich sind wir wieder in Berlin. Sind wir wieder in Madrid? Nein, nicht in Madrid. Ihr seid wieder in Berlin. Bist du wieder in Berlin? Berlin. Nein, nicht ich. Ihr seid wieder in Berlin. Wo sind wir wieder? In Berlin. Ihr seid endlich wieder in Berlin. Wer ist endlich wieder in Berlin? Du und Lina. Ihr seid endlich wieder in Berlin. endlich wieder in Berlin. Und jetzt ist endlich wieder in Berlin. Wir sind endlich wieder in Berlin. ARRY17 차�ío 飛 飛 飛